Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen Longplay von meiner Seite aus und zwar spielen wir heute Bramble the Mountain King und wir werden auch gar nicht lange schnacken, sondern wir werden direkt ins Game reingehen. Nachdem ein Nachtmärr wog ihn. Frightened bei his mother's bedtime story, he searched for his sister's comfort, but she was nowhere to be found. Okay, sind wir jetzt schon? Oh, wir sind schon im Game, okay. Also wir hatten einen Albtraum und wollten zu unserer Schwester, die nicht mehr im Bett ist. Jetzt gucken wir mal, was gibt es denn hier Feinde? Oh Gott, die Steuerung, die ist so anders. Aber komm, ich nehme es mit. Will ich es mitnehmen? Hallo? Mach doch die... Mach doch zu. Ist ja geil. Also auf und zu. Okay. Wenn wir uns nur angucken. Ich bin gespannt, wo die Story hinführt. Oh, ist aber anders anlass. Oh, was sind denn das hier? Wer sind denn Soldaten? Einer ist umgefallen. Ach nee, es ist ein Pferd. Okay, haben wir erstmal wieder ordentlich gemacht, finde ich gut. Was gibt es denn sonst noch Feindes hier? Oh, Buch. Lass uns das Buch erkunden. Das sieht nicht gut aus. Was ist denn das für eine gute Nachgeschichte hier? Was? Was? Das ist was passiert, wenn du nicht auf deine Mutter hörst. Besonders dich, Lilimur. Seine Mutter hat gesagt, bevor sie sie besitzen, Gute Nacht. Äh, okay. Also so kann man seinen Kindern auch ein bisschen... Angst machen. So, das finde ich jetzt nicht so... Tutti. Aber gut. Gucken wir mal die Erkunden noch weiter. Okay. Das ist ein sehr komisches Bild. Jemand in der Mitte? Also... Ein kleines Kind, was in der Mitte liegt? Ist... Äh... Okay. What the f... Das war nicht im Spiel. Das war ein Alert! Die Anker, Mann! Wolltest du nicht lernen? Stevie? Wieso Stevie? Wo ist Stevie? Stevie etwa da? No! Stevie ist da. Hallo, Steve! Jetzt ist sie ein bisschen besser. Okay, Lilimur ist auf jeden Fall größer als... Uli. Auch wenn du dich auf die Zehenspitzen stellst, kommst du nicht ansatzweise dahin. Okay. Gut, dann gehen wir mal draußen gucken, was wir draußen so finden. Vielleicht finden wir ja unsere Schwester. Außerhalb... Oder auch nicht. Was? Äh... Wie? W... W... Okay, jetzt kann ich... Jetzt kann ich was am Fenster machen. Okay. Gucken wir mal, was wir jetzt am Fenster machen können. Aber wir klettern ja jetzt nicht hinterher, oder? Ja, der macht's nicht. Jetzt hat er sich angezogen. Und er geht doch hinterher. Warum? Aber wenn wir nicht mit seiner Schwester sind, hat er noch mehr schmerzt. Okay... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 das war jetzt gerade schön schön hat mich gar nicht erschrocken so ein bisschen balancieren und wieso also wir sind auf dem weg unsere unsere schwester zu finden in diesem ich sag jetzt mal sehr dunklen wald ich würde jetzt kein junge nicht irgendwie da reingehen würdest du jetzt aber die mutter freuen wenn du jetzt hier im schlamm da lang gerutscht bist du deine klamotten sehen aus wie sau danach ist das hier hier können wir uns hinsetzen über ein apfel nehmen lassen uns ein apfel mit mir doch wir müssen uns die die dinge hier anschauen die saßen ja auch zu zweit hier hoch aber hier gibt es bis dato noch kein hinweis zu unserer schwester wohin sie gegangen ist aber hier gibt es eine strickleiter schön das auch auf ein schöner rein von der junge das re springt hoch das re springt weit warum auch nicht es hat ja zeit schön sehr sehr schön was können wir jetzt hier können wir uns wieder streichhölzer nehmen hast du schlüssel drin gib mir den schlüssel nein sag mal raus er ist rausgefallen sehr gut so wofür ist jetzt dieser ach so der ist bestimmt hier für ne ok also mir wäre es zu unheimlich abends nachts morgens wann auch immer die tageszeit ist durch so einen wald hier zu gehen was war das oh yeah jetzt kommen hier jump and run action gucken ja 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 was war das ein drache was war das genau was ist da also irgendwas muss es doch bedeuten diese 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 manikens die 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 also was soll mir die sagen außer dass sie da sind ich will nicht in das loch hey was ich muss hier was machen wir hier was ist das ist das unsere schwester versteinert a light in the dark a symbol of hope ok es ist noch nie gute idee gewesen irgendwas was man findet einfach so einzustecken und der fragt sich auch 0,0 was das eigentlich ist warum hier das gehört das sieht das krass aus also die optik und wer singt da das ist unsere schwester nein ich springe auch nicht weg ich kann aber auch also wirklich kamerasteuerung existiert nicht wo ist es ich will mich doch kurz gucken wie ist denn da hallo das ist unsere schwester was 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 do you have there lily moore asked it glimmers beautifully what a strange rock light as a feather she investigated closely let us play little brother little moore bubbled see if you can knock down this pine cone wo bitte also mit dem stein links zielen oh gott ist das das wird ja nichts ok wird doch was das wird nicht gut gehen freunde ich hab's ja gesagt das wird nicht gut gehen das sieht aus wie elsa ja das stimmt mein timing ey aber kann ich eigentlich instant auf maus und tastatur wechseln geht das ok das funktioniert zumindest ok ich kann ich könnte wechseln auf jeden fall wenn es um zielen geht das war jetzt sogar ausnahmsweise mal mit äh pet als ob ich sie jetzt abwerfe nein spring nicht hinterher nein mach es nicht so fängt jede nicht so gute story an oh gott das hätte auch anders enden können aber ich bin mit meiner schwester wenigstens hoffentlich oder achso wir sind doch zu zweit ok wir sind zu zweit das ist schon mal etwas und wir sind geschrumpft folge mich, kleine Bruder ich werde dich beschützen Lillemur sagte ok wenn es mir nicht sie war nie so wie ihm Ulle wollte er ein bisschen mehr wie seine Schwester sein Lillemur lief die Spiele und Ulle lief Lillemur Ok 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 also wir springen jetzt einfach hinterher wo ist sie denn jetzt hingerannt ist sie hier hoch warum rennt sie denn da so weit vor ich hab doch Angst Ok 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 haben wir geschafft also ok also zumindest sind wir nicht alleine das finde ich schon mal sehr entspannt und aktuell sieht sie auch noch idyllisch aus muss ich sagen das gefällt mir also so könnte ich mir jetzt die ganze Zeit weiter gehen ich wette mit euch das wird aber nicht so bleiben was ist denn der Zwerg Zwerg wo ist er denn also warum also den hatten wir doch auch in der Demo oder nicht was ist das denn ein Briefkasten warum sie guckte so grimmig ok wir lassen sie mal in Ruhe wir wollen sie ja nicht stören also noch nicht so wo ist jetzt wo ist jetzt Lillemur hin Lillemur du bist hier hochgeklettert ok das sah jetzt nicht so gut aus LB zum ducken na dann ducken wir uns mal Nein Nein warum Boah sie war sehr sensibel eingestellt um da hoch zu drehen wir befreien dich doch da brauchst du keine Angst haben wir sind doch Freunde nicht hey du hast uns die Tür aufgemacht und jetzt kann ich dir hinterher wo willst du denn hin er folgt mir ist aber wir haben neuen Freund Gnome sind sehr 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 da ist ein kleiner Igel die guck mal die die kugel sich ein weg ist ich lieb ja Igel wie süß der ist okay ich bin grad voll fixiert auf diesen Igel ich weiß aber was muss ich hier irgendwas machen Tür geht nicht auf oh schade wir müssen leider hier bleiben äh was sollen wir denn machen achso warte mal wir brauchen bestimmt hier Verstärkung komm mal her nicht schlafen aufstehen was kann ich hier nehmen kann ich hier irgendwas nehmen ja ich kann nichts machen nicht durch meine zum schmutz ziehen ne nach der Nase oh ja ah warte hier aufheben ah ok Okay. Vielleicht kann ich das jetzt irgendwo verwenden. Hey, Asrato. Oh, oh, oh. Hallo. Seid ihr alles Freunde? Wir spielen Verstecken. Ich glaub's ja. Gefunden. Und jetzt alle finden? Warte, warte. Da. Oh Gott. Da hinten. Da drin. Hier vorne. Hab ich jetzt alle gefunden? Nee, ne? Warte mal. Einer fehlt mir doch. Ist da noch einer? Ne, der kommt gerade an. Wo bist du denn? Hey, bin ich blind? Bin ich blind? Da. Meine Güte. Hä, ich hab dich mal betroffen. Alter, Alter. Da. Das Spiel ist so gerade. Ich mach so viel Liebe im Detail. Ja. Das Spiel ist mega. Sind das jetzt alles meine Freunde? Ist ja geil. Wir machen damit Freunde. Voll geil. Können wir jetzt die Tür aufmachen? Aber wir sind ja jetzt ein bisschen mehr, Leute. Nein, nimm sie doch mit. Nein, warum? Wir sind doch gerade. Warum? Ist jetzt schade. Wir haben doch... Och, Menno. Ey, da sind hier oben... Hier oben sind noch welche. Hallo. Oh, kann ich nicht hin. Was seid ihr denn? Oh. 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 Also, das sieht aus, als ob ihr hier was an ihr pflanzt habt. Euer Essen, ne? Ah, wer bist du denn? Hallo? Und du? Hallo? Hä, muss ich die fangen oder was? Nee. Was soll ich machen? Oh. Ah, ich... Warte mal. Muss ich jetzt vier von denen da reinbringen? Warte kurz. Versuch erst mal einen da rein zu kriegen. Plupp. Ja. Wir müssen die da rein... äh... treiben. Ja, bleib mal hier. Hier, hier, hier. Ja, ja. So, da rein mit dir. Jetzt du noch. Nein. Bleib doch hier. Kleine Nackedei, du. Plupp. Und jetzt, jetzt ihr beide. Ja. So, dich, dich davor jagen. Nein. Wir werden, wir werden noch einen Bonus reinpacken. Wir müssen nur noch einen reinpacken, aber... Wir werden beide reinschmeißen. Ich weiß zwar nicht, warum, aber wir haben es gemacht. Und haben damit Papa Schlumpf geholfen. Ne, Schlumpfi? Ey, hier, hier, hier steht da noch einer draußen. Ich würde auch gerne mal schneller laufen können. Geht das? Achso, so kann ich... Schneller rennen. Und jetzt, hüpf. So, wir folgen unserer Schwester. Ich weiß zwar nicht, wo sie uns hinführt... Aber das werden wir ja dann wahrscheinlich noch sehen. Mal gucken, wo es hingeht. Was ist das? Ein Frosch? Der Froschkönig! Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das so schön finde. 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 Also, ich hätte mich nicht Geld trotzdem anzupassen. Da hätte ich ein bisschen mehr Schiss gehabt. Okay. Auf geht's. Wo ist denn jetzt schon wieder Limo hin? Ey, da oben. Kannst du nicht mal drei Minuten warten? Mann! Wenn ich streiche, dann lieber Igel. Ja, ja, ja. Als so ein Frosch würde ich auf jeden Fall einen Igel immer bevorzugen. Aber niedlich ist alles hier, ja. So, geht's hin? Was gibt's hin? Gibt's hin? Nee, da kann ich nicht hin. Schade. Wie gesagt, da gibt's vielleicht noch so ein paar kleine Hinweise. Easter Eggs oder so. Äh, ich weiß ja nicht, ob ich da runter möchte. Hohohohoho. Das war knapp. Aber gut. Haben wir geschafft. Nee, wir gehen doch jetzt nicht so einen Brunnen runter. Warum? Lass uns doch einfach dran vorbeigucken. Da hinten geht doch noch einen Weg lang. Nein. Wir verlieren unsere Schwester. Er ist so ein Träumer. Ole, was allein wieder? Na ja, ganz alleine ja nicht. Wir haben... Tinkerbell. Die leuchtet uns, der Weg. Ist wirklich mega süß gemacht. Und bis jetzt finde ich das wirklich sehr... Also, sehr angenehm. Sehr atmosphärisch. Oh, guck mal, wie ist der hinten im Hintergrund. Da ist eine Leuchtfee-Party. Das war auch sehr knapp, aber okay. Hohohohohoho. Jo, ein bisschen schneller. Okay. Gut. Wer bist du denn? Geh weg! Nein! Pass doch auf! Mach! Versteck dich! Oder auch nicht! Was ist... Ist das eine Hexe? Was ist das? Und weg ist... Der Riefer war stark. Und Ole war weich. Er stand keine Chance. Aber bald hat der Riefer verflogen. Ole war glücklich, dass er wieder firmes Boden unter seinen Fuß haben hat. Okay. Wir haben irgendwie das überlebt. Wie auch immer. Haben wir jetzt andere Klamotten an? Und unsere Schwester wurde gekidnappt. Von dieser Hexe? Was war das? Ich hab keine Ahnung, was das war. Aber es sah nicht freundlich aus. Das heißt, wir sind jetzt auf einer Mission, um unsere Schwester zu retten. Erstmal müssen wir wissen, wo sie ist. Also, wohin wurde sie mitgenommen. Und warum? Warum haben wir andere Klamotten auf einmal an? Wo ist unser guter Lederhaus? Alles weg. Jetzt sind wir in so einem Nachtkind. Oh Gott. Ist das unsere Schwester? Lillymoth. Mot, mot. Hm. 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 Okay, wir haben geträumt. Zwischen uns so sieht es zumindest aus. Und das ist wieder ein Froschkönig. Froschkönig hat sich sichergestellt, dass er neue Freund nicht dröhnt. Er hat uns gerettet. Aber ohne seine Schwester fühlte er wie das lernste Kind in der Welt. Nein. Er wollte nur Lillymor finden und nach Hause gehen. Ja. Ah, 257. Hallo. Kommt es gerade richtig zu Bramble? Das war ein Troll? Das sah mir ja aus wie eine Hexe. Als ein Troll. Gott. Ja, dann gehen wir auf die Suche nach dem Troll, der unsere Schwester entführte. Obwohl wir ja eigentlich, wir sind ja jetzt nicht mehr so mutig. Normalerweise. Aber wir haben ja Freundschaften geschlossen, ne? Also wir haben ja den Froschkönig. Wir haben ja die Zwerge. Wir haben Feen, die uns den Weg manchmal führen. Oh Gott. Was sind denn das für riesen Fußspuren? Nein. Er hat die kleine Stadt hier kaputt gemacht, oder was? No. Was ist passiert? Nein. Okay, was ist da oben? Willst du da nicht raufklettern? Ja, warte, warte, warte. Warte, komm. Kann ich dich mitnehmen? Jeder? Nein. Kann ich hier irgendwo... Ja, ja, ja. Beruhig dich. Wir kriegen das hin. Ich weiß, du willst da oben hin. Ich muss da nur irgendwie hier hochkommen. Ja, ja, ja. Warte, warte, warte kurz. Ich muss ja hier irgendwie hochklettern können, oder nicht? Kann ich nicht hier irgendwo... Ich sehe, dass da oben dein Spielzeug liegt. Ja, ich... Ich hole sie auch. Ich weiß nur nicht, wie... Kann ich mich hier nicht irgendwo ranhängen? Ja, warte, warte. Hier? Nein. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Wie kann ich denn... kann ich mir eine Leiter bauen? Ah, warte. Kann ich damit... Das als Treppe nutzen? Also mir da vorschieben, um da rauf zu springen? Um dann ganz nach oben zu kommen? Geht das? Ja? Was ist doch... Was ist doch los? Ah, Entschuldigung. Jetzt. Ah, geht doch. Okay, hochgeklettert. Ja, ja, ja. Hier, guck mal. Ich hab... Ich hab dein... Dein Kuscheltier hab ich. Guck mal hier. Guck mal. Überraschung. Du brauchst nicht mehr traurig sein. Hast du dein kleines Schweinchen? Dankeschön, Dankeschön, Chat. Dankeschön für die Gesundheitswünsche. Oh. Er kam unerwartet. Er ist ein Freund. Ich hab wieder einen neuen Freund. Jawohl. Kann ich mir ja auch noch andere, äh, Freunde machen? Geht das hier? Hallo? Nein. Huch. Ist gelaufen. So, gucken wir mal. Kriegen wir diese Tür auf? Wahrscheinlich nicht. Nein. Nein. Okay, wir kriegen sie doch. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Weil ich hätte gedacht, wir müssen erstmal hier rein. Wo ich hier rein, komm ich nicht. Oh, mein kleiner Freund ist jetzt da drin. Oh no. Kommt der da wieder raus? Hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Er ist jetzt... Er ist jetzt da drin. Aber wenigstens bist du in Sicherheit. Oh, hoffentlich. Okay. Mal gucken, was wir jetzt hier noch so finden. Wie gesagt. Den... Den... Den Troll, den müssen wir ja noch... Was bist du denn? Im Hintergrund. Was war... War das ein Biber? Was ist das gewesen? Was war das? Hier ist ein Igel. Nein, er ist umgekippt. Nein. Er war ein Transport-Igel. Mach mich drauf. Alter, was guckt ihr mich denn jetzt alle so an? Was seid ihr denn für... Okay. Alles cool. Alles... Alles, Totti. Ich... Ich kann hier nicht runter. Ich muss hier an euch vorbei. Ist ja gar nicht... Creepy. Okay. Hier sind Freunde. Also hoff... Da ist eine Bärenfalle. Genau. Hier sind überall Bärenfallen. Was ist denn? Was stimmt denn mit euch nicht? Ich kann hier nicht hoch. Ich kann hier... So, warte mal. Kann ich hier hoch? Okay, 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 okay. Da hinten läuft sie. Er, es... I don't know wer, aber... Ich bin gestorben. Gut. Das war... Noch nicht der richtige Absprung, Winkel. Probieren wir es auf ein zweites. So, jetzt aber. Der Zwerg wird da unten fest... Gefangen gehalten. Und jetzt? Achso, hier rüber. Ist es jetzt weiter höher oder weiter runter? Na, scheinbar ist es geht weiter runter. Okay. Okay, okay, okay. Der glätzt dann um den Baum herum. Wir sind dann wahrscheinlich auf den Pilz. Alter, was die für Fallen sind. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich helfe dir sofort. Komm her, mein Kleiner. Aber warte, warte. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Ich sehe es doch, dass es eine Falle ist. Lass mich doch dran vorbeihüpfen. Ich sehe, dass das eine Falle ist. Okay. Das Spiel nimmt auf jeden Fall jetzt eine ganz andere Wendung auf einmal. Ist, äh, gar nicht mehr so. Äh, süß. Jetzt wird es ein bisschen... Creepy? Gruselig? Ja, auf jeden Fall sowas. Und jetzt gehen wir ins Dunkle. Ich sehe nichts. Oh, schön. Schön, schön, schön. Ich sehe einfach nichts. Oh, das gefällt mir nicht, was ich da höre. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ich muss hier weg. Wie kann ich hier weg? Ich will hier nicht mehr sein. Lass mich... Oh, das hört sich ganz eklig an. Komm her. Bitte. Hör doch. Mach doch. Was soll das sein lassen? Oh, Gott, oh Gott. Nein, wo springst du denn hin? Warum? Okay, dann probieren wir es nochmal. Hört sich nur gut. Wie es lief. So nicht. Okay, wir müssen hier anscheinend drüberspielen. Jetzt jump. Oh, du bist ja eklig. Nein. Hör auf. Lass mich. Lass das. Wie, wie... Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Hier bin ich. Oh, ho, ho. Oh, Gott. Nein, nein, nein. Mach doch nicht. What? Das war unfair. Oh, gut. Ja, okay, okay, okay. Okay. Na, so die sind... Nope. Nimm mit... In die Nase. Okay, warte. No, no. He, 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 he. Nein. 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 Er hat es kaputt gemacht. Ich kann hier... Oh, Alter. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Nein, nein, nein. Er sieht mich nicht. Er, äh, hier ist... Er ist blind. Er ist... Geblendet von meiner Schönheit. Ich weiß es nicht. Aber er sieht mich nicht. Okay, er weiß mich schon. Oh, oh, oh. Da kann ich noch verziehen. Now, he had almost died several times. Ja. His sister was gone. And he was soaked in smelly sewer water. Oh, hier ist doch noch irgendwer. Wer ist denn hier? Gibt's hier noch jemanden? Hallo? Hm, nein, ich kann nicht weiter. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Okay. Warte mal, ist da jemand im Käfig? Nee, okay. Der ist nicht. Muss ich jetzt echt hier runter? Okay, ich muss hier runter. Alter. Dieses Spiel war so schön. Hat so schön ruhig angefangen. Und... Was ist passiert? Okay, okay, okay. Häuslingerls, ich hol euch da oben runter. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Okay, passt. Huch. Mit Stasse. Hey, hey, hey. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Kriegen wir hin. Ruhig euch. Wenn wir nicht das jetzt loslassen. Aha, das hat es. Nein, nein. Ich glaube, ich hab mir fast gedacht. Also, das heißt, wir müssen das Ding ganz nach hinten ziehen. Ja, ich komme doch gleich. Da müssen wir während das Ding los juckelt, quasi raufspringen. Und während wir da an der Ecke sind, quasi rüberspringen. So der Plan. Ich habe den Song gerade doppelt gehört. Ich gehe von aus hier. Chit auf. Mit Echo. So sieht es aus. Das fixe ich gleich mal. Aber erst mal befreien wir unsere Freunde. So sind die alle hier? Kommt runter. Ja du auch. Ja komm. So jetzt haben wir die hier befreit. Jetzt können wir bestimmt hier durch. Mit der ManCraft. Aber ich glaube dass ich die. Auch wenn man dann in Sicherheit bringen muss. Meine kleinen Buddies. Ich bin hier befreie. Ist jetzt nur die Frage. Oh Gott. Wir sind überall fallen. Wir sind überall fallen. Wer macht denn sowas? Bin ich hier einfach dran vorbei? Nein. Nein. Folgt mir. Ganz langsam. Kommt ganz nach links. Ganz nach links. Ganz nach links. Ganz nach links. Freunde. Nach links. Immer wieder nach links. Okay da ist kein Ausgang für euch. Okay okay. Wait. Wait. Sortiert euch. Nein. Nein. Ruhig bleiben. Nein. Ruhig bleiben. Lauft nicht in die Fallen. Macht es nicht. Ich habe euch doch nicht umsonst befreit. Ja. Ja. Okay okay. Okay. Cool. Cool. Jetzt hier hin. Hier hin. Weiter hier hin. Ja. Okay. Okay. Der Größter ist da. So du kleiner Mann. Komm mal hier rüber. Ich will euch nicht verlieren. Nein. Renn doch nicht da hin. Hauf. Kanonenfutter. Melly was ist mit dir los? Sieht aus wie beim Straßentraining aus. Ja nein. Wir wollen die ja beschützen. Aber die hier irgendwie. Nein können wir nicht. Oh. Wir haben einen verloren. Das finde ich traurig. Das sieht nicht so sicher aus. Wie es aussehen könnte. Nein. Wir haben einen verloren. Ausflug mit dem Kegel. Das stimmt mit dir nicht. Das stimmt mit dir nicht. Was ist dein beschissenes Problem? Ich seh nicht. Was? Ich war doch versteckt. Oder war ich nicht versteckt? Okay. Wait. Hier bin ich versteckt. Hier bin ich safe. Okay. Komm mal her hier. Komm mal hier rüber. Geh mal wieder nach links. YOLO! Ich hab mich nicht gesehen. Das ist unangenehm. Einfach unangenehm. Nein. So spielen wir hier das Spiel ja nicht. Also so jetzt hier. Ne? Es ist hier. Geh doch weg. Guck doch weg. Geh woanders hin. Lass mich da einfach in Ruhe. Muss ich überhaupt hier hin? Ich weiß es doch auch nicht. Hey, ist das richtig hier? Wo muss ich denn hin? Muss ich hier in den Baumstumpf? Ich fang wieder von vorderen. Ja, versteck dich im Gras ist, ja, ruhig erschonen. Also, glaub ich. Aber, wie lange? Geht er alleine weg irgendwann? Hat er keinen Bock mehr? Oder? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Uuuuh. Durch den Baum. Okay. Also, versuchen wir durch den Baum zu gucken. Nein, 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 nein. Das ist hier des Weiters. Okay, auf geht's durch den Baum. Als ob er das jetzt mitbekommen hat, dass ich hier drin bin. Nein. Nein. Was mich? Geweck. Woanders hin. Ja, jetzt sind hier auch noch Fallen. Ich... Was ist denn mit euch nicht richtig? Direkt vor meiner Nase ist noch Fallen. Na, ist ja wunderbar. Ich freu mich. Mhm. Mhm. Als ob das geklappt hat. Okay, okay, okay. Wo geht's da nach hin? Ah, da hinten hin. Ja, ja. Ja, das war ja... Das war aber ganz schön tricky. Also, der ist aber nicht mit mir. Scheiße, da vorne sind auch noch direkt zwei Fallen. Jetzt was tun wir so. No, 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 no. You don't see me. No. No. Das war ja. Ja. Ähm. Nichts. Ja. 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 Also, die Hand ist... also... Wo soll ich denn hin, jetzt? Also, okay. Warte, 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 warte. Es muss ja hier n... n... tricke. Nope. Ist hier kein Trick? Äh, wie jetzt? So? Okay, der Schatten ist ja... der Schattenwurf ist ja recht... lang. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Also, ich probiere jetzt mal nach... links... Okay, nach links ist gar keine gute Idee. Nach rechts aber auch nicht. Kiste rüber? Nee, Kiste rüber. Kann ich den hier irgendwie... drücken? Kann ich den mitnehmen? Kiste rüber. Kiste rüber. So nach rechts geht... Wahrscheinlich nicht... Ich würde eher sagen, nach links. Das hat fast geklappt hat, Jack. Okay, es hat nicht geklappt. Leck mich am Arsch. Wie? Okay, 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 okay. Dann guck der mal links, rechts, rechts, links und so, ne? Guck mal wieder nach. Genau. Genau. Du hast zwar einen schlechten Atem... ... 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 Du hast mich nicht gesehen. No, no. No, no. Jetzt ist... Jetzt geht sie weg. Jetzt, ja. Hätt die nicht die ganze Zeit schon weggehen können? Boah! Hey, dieser Troll! Mach doch noch meine Freunde kaputt, sonst ist doch alles... ...nicht so schön. Okay, okay. So, jetzt hier rüberspringen? Okay, haben wir, haben wir, haben wir. So, jetzt hier wieder nach unten wieder. Okay. Okay, okay, okay. Cool, 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 cool. Na, lösen, nasen! Spring, spring doch! Oh Gott! Er tat ganz schön weh bestimmt. Äh, wir haben den platt gemacht, versehentlich. Tut mir leid. Ich will dir nicht weh tun. Okay. Wir lassen euch in Ruhe. Wir gehen einfach weiter. . No! No! No 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 nido 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 Was ist denn bitte unter dieser Fleischmasse? Das ist aber gar nicht eklig Nein! Da sind Freunde drin. Spring doch! Ich hätte gedacht, wir kommen auf den Stein da rauf. Oh nein. Nix stein. Nix machen. Was machen Sachen. Okay. Wir machen Speedrun. Speedrun. Speedrun! Er ist jetzt unfair. Er ist jetzt genau da vorne, wo ich hin will. Das finde ich jetzt nicht so schön. Und die kleinen Boys hier vorne, die würde ich eigentlich ungerne... ...opfern. Oh, wir haben es geschafft. Ohne die anderen da in Gefahr zu bringen. Nein, ich muss da oben hin. Ich brauche irgendwas. Ey, sag mir nicht, ich brauche die Kiste von da draußen. Okay, warte. Okay, warte. Okay, warte. Wait, 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 wait. Kann ich hier? Wenn ich hier rauf kann, bin ich doch sicher. Hier hoch, oder? Hä? Ich will doch nur hier hoch. Hey, warte, 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 warte. Geht's hier hoch? Ach so. Okay, das geht auch. Okay. Boah. Gut zu wissen. Hä? Was? Hä? 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 Aufheben. Okay. Okay. Nein! Okay, wait. Ah. Ah. Okay, wait. Ah. Ah. Ich wollte eigentlich nur noch hoch springen. Aber wir müssen hoch klettern. Okay. Wollen wir auch machen. Also... Aber gut. Oh no, 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 no. Oh. Wer ist er denn schon wieder... Warum bin ich denn jetzt schon wieder hier? Bei so nem... Meucheltypen. Wo muss ich hin? Kann mir jetzt keiner erzählen, was ich hier runter muss. Was? Ich muss hier runter, oder was? Ah. Nee, okay. Da unten muss ich nicht hin. Okay. Muss ich denn hier irgendwie hin? Nee, auch nicht. Hey. Ich verstehe es wieder nicht. Gerade zu? Ach, das ist zum... Klettern. Oh Gott. Ist das eklig. An diesem... Schimmelpilzartigen... Irgendwas... dran vorbei. Geil. Aber wir müssen wahrscheinlich ganz nach unten, ne? So wie es aussieht. Ja, dann... Oh Gott. Ja, klar. Und jetzt am Topf vorbei. Genau. Nicht in die Suppe fallen. Das wäre total. Bitte. Ganz... Kannst du denn hier nicht holen? Oh Gott. Nicht in die Suppe fallen. Heuhr. Oh Gott. Schäuhr. Oh Gott. Das ist nicht wieder her. Oh Gott. Ich bin mir dir gleich hier. Oh Gott. Okay, wir sind gefangen. Aber nicht mehr lange. Geht doch kaputt! Okay. Oder so. Okay, sind wir nochmal glimpflich da rausgekommen. War das da hinten? Ganz schnell weg. Hallo? Wer bist du denn? Ich will die nicht abwerfen. Oha! Okay, warte. 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 Das ist immer noch nicht abwerfen. Das ist immer noch nicht abwerfen. Das ist immer noch nicht abwerfen. So. Wiedersehen mit euch. Werfen die mich mit Speeren? Das ist ja unglaublich. Hallo. Wie sieht's so aus wie ich? Ohne Haare. Sehr sympathisch. Ja, wir sind freundlich. Brauchst nicht traurig sein. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Achso. Hoffe ich. Gesund und munter. Okay, wo geht's jetzt hin? Zu den Fliegenpilzen. Da finden wir diesen... Ah. Den glitzernden Stein. Im Hintergrund da ist, äh, freu dich nicht so viel, sondern nimm ihn und... Geh weg. Oder benutze ihn, ich weiß es nicht. Okay. Flashbang? Aha. Er ist versteinert Ja, das ist ja ein Sonnenaufgang nicht bedacht, wa? Bzw. es war bestimmt unser magisches Licht Aber das würde ja heißen Er war mit dem Sonnenaufgang Er hat die Nacht überlebt Aber nur wenig Würde ja heißen Es gibt mehr als nur einen Troll Okay Cool Also wir sind auf dem richtigen Weg Weil wir haben den Stein gefunden Und das sagt mir noch sehr was Schön, schön haben sie Und das ist ja noch so Und das ist ja noch so Sehr schön Also wirklich krass Krasser Atmosphäre Auch mit dem Lied da im Hintergrund Mega Das ist krass Also Das Spiel macht echt eine Menge mit einem Mit diesem Dunkel Und dann halt dieses Entspannte Ich finde es gerade sehr Was ist die Fische da unten? Äh Einfach gerade nur sehr schön Deswegen kann ich jetzt gerade auch gar nicht so viel sagen Aber ich glaube ich will auch gar nicht so viel sagen Einfach mal wirken lassen Das ist ja noch gar nicht so viel sagen Das ist ja noch gar nicht so viel sagen Das ist ja noch gar nicht so viel sagen Das ist krasse Spiel Richtig gut gemacht Aber wirklich gut gemacht Ne muss man wirklich sagen Also das haben sie Das haben sie echt Richtig schön gemacht Da spielt sie zu einem rein Ja Ich mag die nordischen Mythen Und die Geschichten sowieso sehr Gesundheit Hey guck mal Ist das unser Freund? Hallo Hä Was muss ich denn jetzt machen? Warte mal Muss ich einen von euch Zu ihn locken Damit ihr ihn Damit er wach wird Hallo Dankeschön Sehr freundlich Dankeschön So denn Ist ja Ist ja fast wie bei Stevie Oh was ist denn los? Okay Soll ich dich einfach wieder nach oben bringen? Okay Cool Mach mal Hey yo yo Herzlich willkommen wieder zurück So wir werden jetzt hier Diesen kleinen Minizwerk Äh Mal gucken dass wir den nach oben bringen Zu seinem Papa Schlumpf wieder zurück Jetzt nur die Frage Wo kommen wir jetzt wie hoch? Kommen wir jetzt hier hoch? Oder muss ich da außen? Ne ich muss wahrscheinlich Den langen Weg gehen Außen einmal um Bin ich hier so durch? Ganz wahrscheinlich auf diesen Baumstamm hier Und Flop Das seid ihr wieder Yay Tschüss Okay Okay Was passiert jetzt? Macht doch nicht so Oh War das richtig? Okay 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 Das kenne ich glaube ich noch aus der Demo Sagt mir das ein bisschen was vom Stevie Was ist denn da unten? Okay Das kenne ich noch aus der Demo Okay Hier geht's nicht lang Juhu Ist das hier richtig? Das sieht irgendwie falsch aus Warte mal Muss ich hier hoch vielleicht? Okay Okay Oh yeah Okay 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 Jetzt wirbst du aber auf und ab Ne? Also du bist jetzt hier nicht Das war aber knapp Knappe Nummer Aber okay Aber haben wir haben wir Können wir hier fallen lassen Ja okay 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 Jetzt ist es aber auch schon wieder Von einer Sekunde auf die nächste Komplett dußer Und komplett andere Atmosphäre Nein Jetzt müssen wir warten bis der hier runter gekommen ist oder was? Das war falsch Das war zu früh War ich zu Gierig Warte 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 Wir machen das mit Wir machen das mit Schwung Ein bisschen Schwung holen Noch ein bisschen Ja 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 Jetzt noch ein bisschen zurück Ja 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 Jetzt wieder ein bisschen Okay Schwung holen war nicht die Taktik Und jetzt? Meine Güte okay Das war jetzt aber Ja Äh Wohin geht's Wohin geht's Wohin geht's Kann ich Also Gibt's doch Ich muss schneller Beruhigen Sie sich Beruhigen Sie sich Alles wird gut Sie müssen so nicht Okay Danke Tschüss Moin War hier War hier War hier ohne Oh Ich kann kaum sprechen Herzlich willkommen bei Bramble the Mountain Okay Ich bin gerade in einer Hülle Und suche nach meiner Schwester Oh Gott Okay 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 Der Troll hat dann Irgendwas alles umgerufen Keine Ahnung Was? Dann hat er die gegessen? Nee Achso Nee Stopp ich dir was in die Ohren Keine Ahnung Dass du die Musik nicht wahrnimmst Da ist jemand Der guckt gerade uns Blöd zu Lass uns mal ganz schnell Verschwinden Das war so ein Troll Ein zweiter Da guckt eine Wand Da ist Da ist noch so ein Troll Aber das ist Der schon Versteigen hat Wir sind ganz schnell weg Ist mir egal Das ist mir egal Da kommt keiner Okay da kommt noch jemand Mann Lass mich Lass mich Ich bin schneller als du Lass mich Nein Du scheiße Hör doch auf Geh weg Komm schon Komme schon Komme schon Komm schon Lauf 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 Nein! Okay! Okay, okay, okay! Okay, okay, okay! Gut, das kriegen wir! Das, das, das... ...geht einigermaßen. Das war knapp, aber es ging. Hohohohohohohohohohohohohohohoho! Ah. Okay. Nochmal getackelt. Dass da uns nichts passiert ist. Ist sie jetzt weg? Nein, ist sie nicht. Okay, also sie ist auf jeden Fall nicht weg. Das ist gar nicht so einfach. Nom nom nom, ja, das war gerade nom nom nom, falsche nom nom nom. Sie sieht mich da jetzt hier nicht, ne, weil ich bin ja geduckt im, im, im hohen Grass. Ich, ich weiß nicht, wo ich hinruppe. War das jetzt richtig? Wir sind halbwegs safe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist immer schade sowas. Okay. 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 Schwierig. Hm. Hm. War gut. So, sind wir jetzt wieder draußen? In Sicherheit? Oder erwartet uns jetzt hier wieder irgendwo was unvorhergesehenes? Oh. Oh, fuck you. Oh. Lass doch. Oh. 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 We'll rest our red. Ding. Oh. 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 Links. Jetzt rechts. Jetzt nein. Ey, wie? Okay, okay, wait, wait. Nein. Können wir jetzt mal ganz versuchen, ganz... Nee, okay, geht nicht. Ganz rechts geht nicht. Ganz... Nein. Hä? Ich kann... Wie? Ich... Okay. Gegen die Strömung, mit der Strömung. Ich muss ja hier alles mir angucken vorher. Okay, okay, okay. Jetzt haben wir es, oder? Macht nicht! Was passiert? Also wir haben anscheinend irgendwie überlebt. Sie nicht? Wer zu meiner Behauptung? So, ich muss gedrückt halten. Ich dachte, ich muss mehrfach drücken. Sie ist ein Er... Ja, es ist mir egal, ob sie ein Er ist, oder er ein Sie. Es ist... Es kann alles sein. Ja, kein Rückgratzeit-Typ. Nee, wirklich. Wo laufen wir hin? Okay. Bis gleich mal hier. Hä? Hä? Was? Was denn? Hä? Wir sind in der Traumsequenz. Das ist doch der Anfang, oder? Wo wir doch mit unserer Schwester langgelaufen sind. Oder? Warum haben wir jetzt hier so ein Flash, Mac? Wir sind denn hier hochgeklettert? Hä? 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 Ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Das ist doch der gleiche Weg, wie wir vorhin hatten, mit der... Wo wir unsere Schwester dann gesehen hatten, vorne. Genau. Wo... Warum? Haste... Nein! Geh auf! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Es war ein Licht. Wer kommt jetzt? Lilimo? Okay, ihm geht es nicht mehr so gut. Okay. 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 Tuva war ein Licht in der Dunkelheit. Tuva? Sie hat seinen Herz gefüllt, und die Steine mit ihrer Radianz. Die Bramble schüttelt alles, wo die Dunkelheit gehalten hat, Tuva sagte. Follte das Licht. Du findest, was du in der Mauten suchen wirst. Okay. Kommen wir jetzt auch nochmal zurück zu ihr? Also... Nein! Ich kann nicht nochmal zurück zu ihr! Warum nicht? Aber gut. Dann folgen wir dem Licht und gehen Richtung Berg. Fuck! Da oben ist ein... Ein Elf! Was? LT und dann... Ah! Okay! So kann ich die Dorn weg machen. Kann ich das bei jedem Butsch machen? Ne, schade. Du bei denen. Okay. Okay. Also bei dem, der eine Blume... Da kann ich das denn... Freien. Achso. Achso. Ne, ich muss... Okay, ich muss den Weg freimachen, damit ich hier lang kann. Okay, verstehe. Lassen Sie mich durch! Ich bin arzt! Dem Stein, der weiß... Äh, wie geht's jetzt weiter? Au! Aua! Okay! 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 Die Mechanik gefällt mir! Hey Dave! Tief! So. Sagen wir müssen da hinten hin? Oh Gott, hier ist ja noch so ein König! Ein Statue! Schau! Okay! Gut! Das ist, was ich schon gerade gesagt hatte. Wir müssen wahrscheinlich da hinten... Hinten! Hey! Da ist unser Freund! Hey! Der hilft uns immer gerne! Okay! Können wir hier einfach rüberspielen? Okay! Das ist richtig! Trieblich einfach! Nee, warte! Falsche Taste! Kack! Das war knapp! Das war so, als ob ich's gewollt hätte! Äh, YOLO! Schau! Der klappen könnte? Schnell, 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 schnell! Das war knapp! Wo muss ich denn hin? Oh, ich... Ja... Okay! 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 Gut! Lief ja richtig, also... Das war okay! Meine Güte! Wo muss ich denn jetzt hin? Ist hier ein Übergang? Ja! Ey, ich seh so wenig, ne? Also ohne das Licht wär ich aufgeschmissen! Nein! Sag mal! Jetzt... Der tat doch hier hoch! Geht das auch schneller? Ach, hier sind wir mit... König! Mit einem großen König! Jetzt... seine Bildung hat die Schmerzen, die die Welt in Bramble verbrannt. Ich dachte, wir könnten ganz nach oben klettern, und da wollte ich eigentlich hin. Nein! Nein, nein, nein! Don't do this! Don't do this! Nein! Ey! Der hat ein Bein gestellt! What?! Nämlich... Ey, beide Stellen zählt nicht! Das war unfair! Das ist mein Freund! Freund, 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 freund! Nämlich! Nämlich! Ich bin da, ich bin da! Er hat mich beschützt! Sehr gut! Oh, ich dank dir! Vielen, vielen Dank! Ich bin da! Ich bin da! Lämis würde immer nach seinem, eigenen Freund sehen! Tschüss! Er hat uns gerettet! Oh! Hier war jemand von kurzem! Olle fühlte eine Ruhe als er die Warnungen sah, für eine stolzere Mütze, die ihre Kinder tragen. Was? Sie haben mit ihnen gebeten, nicht die ungesprächbare Ecke, die ihre Gedanken zu haben. Oh nooo! Das sieht aber nicht so schön aus. Aber gut, dann gehen wir mal weiter. Nächste Adventure Time, okay. Adventure Time! Adventure Time! Wir machen heute die Adventure Time mit. Warte mal. Schade. Ich dachte, ich könnte den jetzt hier irgendwie... Wie komme ich jetzt da hoch? Halleluja, jetzt weiß ich, wie ich da hochkomme. Okay, verstehe. Äh... Ja, ja. Ja. Okay, okay, okay. Gut, erstmal hier hoch. Daumstamm runter. Damit wir was zum drüber balancieren haben. Ich würde mich fragen, können wir von da unten dann einfach runterspringen? Ginge das? Das war gar nicht soo verkehrt. Können wir nochmal gucken, ob wir hier oben noch was anderes finden? Weil der Weg ist ja nicht umsonst hier, ne? Also, warum sollten wir... Also, ja. Ja gut, dann können wir auch jetzt hier runterspringen. Hier geht ja auch. Dann kann man nämlich nochmal da rüberspringen. Bisschen Loot vielleicht. Hätte ich auch gerade gedacht. So ein bisschen Loot, ne? Wer weiß. Ist zwar kein Dark Souls, aber... Wer weiß, wer weiß. Vielleicht hätten wir ja wieder ein paar Freunde, ein paar Zwerge wieder mitnehmen können. Die uns ja dann irgendwie irgendwann irgendwo helfen könnten. Oh nein, so große Sträucher ist gefährlich. Und das wird langsam wieder dunkel. Die sieht gar nicht so... Fuck. Die sieht gar nicht so untot aus. Tschüss. Ich will mir die gar nicht genauer angucken. Ist mir egal. Die hängt da... Hm... Der springt ja wieder hoch. Als ob er jetzt einfach ertrinkt. Okay. Jetzt hab ich mal kurz nicht richtig aufgepasst, wo ich langlaufe. Und schon ertrink ich. Muss ich hier irgendwie hin? Ist das? Äh... Nee. Also, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ach, das muss ich jetzt... Ja, komm. Ja, komm. Zieh. Ey, wenn wir das auf Geschwindigkeit machen müssen, dann bin ich... Dann bin ich verloren. Was los? Und es wird auf einmal richtig duster wieder. Ist auch die vorgescheuche... Er weckt doch jetzt hier. Die ist doch gleich... Die ist doch gleich da. Hä? Ich bin doch da raufgesprungen. Ist ja jetzt... War ja jetzt nichts schweres. Was? Oder doch? So, du bist jetzt mittig. Geh doch. Hä? Na egal. Hast du noch was geschafft? Alles... Toll, 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 toll. Ist ja gar nicht... Hm... Ich fühl mich dezent beobachtet. Ganz leicht. Hm... Muss das? Können wir woanders hin? Oh, das ist doch... Ich darf nicht zu lange da drauf bleiben. Uiuiuiuiuiui. Ansonsten geh ich damit unter. Oh, ist das der richtige Weg? Oder ist das... Das ist doch bestimmt der... Okay. Das wird nachher unser Fluchtweg sein. Wahrscheinlich? Kann ich da rüberspringen? Geht das? Okay, cool. Schade, ich dachte ich hab damit die Dings weggemacht. Aber nee, hab ich nicht. Ich dachte ich krieg die Pflanze da von der Tür weg. Damit ich die Tür aufkriege. Aber... Nope. Ich muss jetzt wahrscheinlich da runter klettern. Um das Ganze jetzt dann von... Von hier unten zu lösen. Sehr gut. So, was haben wir hier? Kann ich von hier irgendwas mitnehmen? Um die Brücke... Ja, schade. Um die Brücke vielleicht... auf der anderen Seite auszubauen. Auszubauen. Da hab ich ne Kurbel. Ja. Ja. War schon? Nein! Hä? Wait, 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 wait. Jetzt nochmal. Ganz kurz. Für mich zum Überlegen. Wir kurbeln das Ding jetzt hier runter. Eng uns dann ran, um uns hochziehen zu lassen. Aber wir müssen doch auf die an... Also, warte mal. Müssen... Also... Wait. Wollen wir hier ran? Jaaaa... Das wird doch eher ein... Nach der Erden. Mehr, mehr Sinn. Na dann links. Genau. Und jetzt hier rüber. Richtig? Sehr gut. Jetzt kann ich doch hier... Nicht? Kann ich jetzt mit dem Boot raus? Also kann ich mit dem jetzt... Hä? Äh... Äh... Jetzt weg? Also... Warum läuft der denn? Die Spielfigur ist nur so clever wie der Spieler. Ist das aber ernst? Warte mal, das Boot ist doch... Ist das Boot jetzt raus oder nicht? Hä? Das Boot ist ja da... Ja! Hier ist das Boot. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Jetzt können wir erstmal hier unten gucken, ob wir hier unten noch weiterkommen. Hier gibt's nämlich auch noch was. Okay. Aber hier gibt's nichts weiter für uns... Was wir benötigen könnten, oder? Ne. Ich da noch aus. Na dann gehen wir jetzt erstmal nach oben. Könnten hier auf jeden Fall schon mal rein. Wir gucken mal vorher durchs Fen- Fenster. Ist ja gar nicht creepy. Können wir hier auch nochmal durchs Fenster gucken? Ne. Okay. Die Tür brennt? So eine Mischung hinzufügen. Was denn für eine Mischung? Was ist denn jetzt unsere To-Do? Jetzt müssen wir hier eine Mischung herstellen, oder was? Oh. Quack, quack, eng. Neh mal mit. Okay, wir müssen hier anscheinend irgendwie eine Mischung machen. Wir haben Viereck und wir haben Kreuz. Hier haben wir Kreise. Oben links werden uns die Symbole dazu angezeigt. Hier haben wir einen Kreis. Da haben wir mehrere Kreise. Hier haben wir ein Viereck. Okay, das Viereck passt schon mal nicht. Also wir brauchen eine Kombination anscheinend. Das ist die Frage, wo finden wir diese Kombination. Da waren wir schon. Finden wir die hier zufällig an der Tür. Ich würde jetzt sagen, zufällig es wäre der Kreis und die Dings. Das Kreuz. Das würde dann Symbol ergeben halt, ne? Dieser Vogel! Okay. Also das heißt, wir nehmen das da jetzt mal raus? Kann ich nicht? Hä? Okay. Dann gehen wir hier zu dem Top. Das bringt doch gar nichts. Wir haben völlig die falschen Zutaten. Nein! Das funktioniert doch nicht! Warum habe ich denn jetzt ein Viereck? Ich geh jetzt nochmal da ran, damit es eventuell sich äh... Dass es am anderen Raum innen steht. Ach so meinst du? Im Fenster dann? Ich komm nicht mehr raus! Okay. Okay. Wir nehmen jetzt... ...et Kreis. Nein, das nicht. Wo ist denn das... Da hast du einen Schlüssel? Nimm doch den Schlüssel! Nimm ihn doch einfach mit! Und das dann nehmen wir. So, damit habe ich doch jetzt dann das und das, oder? Und jetzt das da zusammen. Weil Kreis und... Und jetzt müsste doch das Feuer... Bang! Ach so, jetzt haben wir ein neues Symbol. Ja wunderbar. Also das äh... Vorfahrtsgewehren... Ne, Vorfahrts... Vorfahrtszeichen sag ich jetzt mal dazu. War das hier? Genau. Und die drei... ...Punkte. War ja das hier. Richtig? Richtig! Hööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Danke, Jojo. Äh, ja. Da war die Erklärung drin. So sieht's aus. Äh, cool. So, gucken wir mal ganz kurz nochmal hier raus. Das ist doch nochmal schon rausgeschaut. Alles gut. Gehen wir hier rein. Rein. Das ist so ein creepy Zimmer. Das ist ja... Nee. Einfach nee. Wer will so ein Zimmer haben? If you find yourself in pain and sorrow, cry no more, they will be gone tomorrow. Listen to the voices of the deep, and join the wolves that circle round the sheep. A temporary sacrifice you make, in order for your powers to awake. Trust in the transcendent and surrender, to be received into the arms of splendor. Okay. Oh, scheiße. Muss das? Können wir... Also, warum? Oh, so Blair Witch-Zeichen da oben. Warum? In der Küche hat noch was geleuchtet. Also, an dem Fenster waren wir. An der Truhe waren wir. Hier waren wir. Hier waren wir. Wir waren überall, oder? Auf der rechten Seite. Also, hier haben wir uns auch angeguckt, oder? Weitere Taste. Aber vielleicht hab ich ja hier was übersehen. Wär ja nicht das erste Mal. Aber sieht nicht so nach aus. Oh, das mit dem Baby-Dings ist überhaupt nicht mein... Da... Warum? Ja... Genau! Räugt ihr schon immer davon, mir eine weiter hier runter kommen zu lassen? Nein. Nein, nein, nein... Nein, nein, nein. Nein, 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 nein... Unangenehm. Okay, hier ist noch ein Buch. Was kann ich mit dem Buch jetzt machen? Kann ich's verstecken? Kann ich's austauschen? I don't know. Oh, ich mach mit den ganzen Büchern eventuell so ein... Wie nennt man? Treppe? Leiter? Auf jeden Fall was zum Hochklettern? Auf dort dahin! So, okay. Lass uns mal ganz kurz hier gucken. Was haben wir denn hier noch? Oh, hier ist ja auch noch ein Büchner. Hast du keinen Schlüssel mehr? Doch. Also, eigentlich schon. Was meinst du, dass ich einfach hier raus kann? Leider nein. Leider kann ich da... Woll mal, hier war ich dran. Hier war ich aber noch nicht dran. Aber hier gibt's ja auch kein Buch. It's a bait! It's a bait! Ja. So, warte mal. Ich kann jetzt bestimmt hier und hier... Bruno. Gyööööööö... Was will sie denn machen? Also, na... Was stimmt denn mit den Leuten nicht? Was ist denn... Haben die den Schuss nicht mehr gehört oder was ist los mit dem? Fangen jetzt echt an, hier, Kinder und... Also, warum? Was rafft ihr denn nicht? Geht's überhaupt weiter? Geht's gar nicht weiter! Scheiße. Okay, es geht doch hier weiter. Verdammt. Aber anscheinend nicht da. Äh. Bin ich jetzt in eine Sackgasse gelaufen? War das eventuell nicht so klug von mir? Oh lol, ich muss das Licht anmachen, damit ich die Bretter da drunter sehe. Äh, okay. Wait. Ja, was ist heute mein Kryptonit? Ja, das ist... Das ist wirklich so. Ich dachte, ich kann da langlaufen. Ich dachte, wir sind da auf so einer... ...Landzunge... ...mäßig... ...irgendwas... Okay, sind wir nicht gewesen. Gut. Einfach. Komm mal von vorne. Ist das überhaupt der richtige Weg, wo ich das Ding runterschmeiße? Ah, okay. Okay, 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 okay. Also, ich mag ja schwimmen gehen. Finde ich... Finde ich klasse. Aber ich gehe hier eindeutig zu oft baden, würde ich sagen. So, wo könnte ich denn... Weil hier drauf kann ich bestimmt nicht Ewigkeiten stehen bleiben, oder? Weil es geht unter. Was ist denn meine To-Do? Achso, warte. Hier unten geht es weiter. Oh Gott. Da geht es weiter? Ich sehe halt nicht so viel. Jetzt geht es drauf zu... Genau. Äh, wie jetzt? Oh ... Oh, das ist hier. Warum? Wieso? Was? Ich höre dich. Du hast einen Enttäuschungsmalüber... Ich sehe dich. Hör doch auf mit so nem Ding. Okay, okay. Kann ich mich eigentlich einfach hier weiter... Nee, geht nicht. Ist okay, geht nicht. Ich muss hier erstmal kämpfen. Okay, okay. Ich hätte gedacht, ich kann mich weiter vorziehen. Das ist gar nicht unheimlich. Haben wir krass gut gemacht. Also muss ich mal wirklich sagen. Coca-Cola Light! Coca-Cola normal! Hey, Coca-Cola! Se, 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 se! Oh, ey, ich sag ruhig also... Das war jetzt gerade ein bisschen... Spooky! Aber gut! Aber gut! Ich finde dieses mit dem Licht, finde ich eigentlich eine ganz geile Mechanik. Vor allem auch gerade... ...die Dornen da wegzukriegen. Ähm... ... ... ... ... Also ich weiß nicht, ob ich es gut finde, was die da veranstaltet. Also, was die halt vorhat. Lass mich doch rein! Jetzt kann ich da nicht rein! Ich will auch nur dem Kind helfen! Okay. Also hier komme ich nicht durch. Das heißt, wir müssen wieder auf den Umweg gehen. Wann, du Fliege, geh mir auf... Gehst du mir aber jetzt auch gerade auf den Senkel hier! Frohle! ... ... ... ... ... Das ist die Frage. Komme ich hier rü... ... oder? Komme ich hier nicht rüber? ... Okay. Nein. Nein! Ey, wie oft bin ich denn heute bitte nur durch... ...durchs Badengehen gestorben? ... Komm, sag ich es. Weil ich... ... ... So un... ... ... ... ... ... ... ... ... Das ist überhaupt die Frage. Muss ich denn von hier aus überhaupt darauf? Oder ... Ich sag mal Ne. Ich sag mal, wir können bestimmt zurück und von einer anderen Ecke darauf. Oder? Ja, quasi hier die... Alter. Die Leiter. Ich bin gerade eben schon wieder fast ins Wasser rein. Das ist jetzt so unglaublich hier mit mir. So. Kann ich jetzt hier in das Haus? Also. Oder ist die einfach durchgegangen? Äh, äh. Ich hab ein Problem. Ich hab ein kleines. Feines. Aber dennoch ein Problem. Lass es. Lass es. Wer auch damit. Mach doch. Wie schnell ist denn das? Nee. 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 Jetzt können wir hier durch. Jetzt ist kein Problem. Jetzt können wir schwimmen auf einmal. Also zumindest laufen. Okay. Okay. Gut, hier kommen wir nicht durch. Hier auch nicht. Aha. Das heißt jetzt für uns was? Weiter gehen? Oh, hier ist doch was im Wasser. Ich hab dich genau gesehen. Don't do this. Don't. Don't think about it. Nicht hier. Wir jumpen hier rüber. Wir rennen ganz schnell hier rauf. Wir gehen hier rauf. Auf die Leitung. Okay. Wir gehen nicht hier rauf. Auf die Leitung. Okay. 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 Cool. 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 Und wie jetzt weiter? Ich hab das jetzt runter geholt, aber warum überhaupt? Ich kann ja damit nicht mich bewegen. Aber cool. Springen wir jetzt hier rüber. Versuchen jetzt ganz schnell. Okay. Cool. Cool. Wir haben es geschafft. Jetzt haben wir noch den Weg von da nach da. Okay. Okay. Wir nehmen wieder Anlauf. Und. Lauf! Okay. Es können. Es können. Es wird werden. Es können. Okay. Cool. So. Wie geht's jetzt weiter? Hier geht's schon mal nicht. Hier geht's schon mal nicht weiter. Geht's hier weiter? Nein. Du willst mir jetzt noch nicht allen Ernstes mitteilen, dass ich da hinten hin muss? Äh, wir gehen mal hier rein und machen YOLO. In der Hoffnung, dass es wird gut. Lass mich durch. Ich hab das Licht. Der... Weiß ich nicht. Nein. Nein. Lass mich doch hier durch. Ist das hier ein Labyrinth oder was? Okay. Wir haben es geschafft. Wir... Wir... Wir haben es geschafft. Wir... Wir... Das ist ja gar nicht mal so hübsch. Und nein. Nein. Ich... Ulla hat been too late At least he could give the child a proper burial So that it would not become another dark soul So, und für alle die das Ganze gerade geskippt haben, wir haben gerade gesehen, wie die Hexe, die durch diesen Dings da oben da durchgelaufen ist, das Ritual durchgeführt hat. Ähm, genaueres möchte ich eigentlich nicht dazu sagen, einfach nur, sie hat das Ritual durchgezogen und, äh, es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Und wir gucken uns jetzt dennoch weiter erstmal hier um. Was wir jetzt noch so finden. Ja. So, gucken wir mal, ob wir noch irgendwie... Warum können wir denn jetzt eigentlich nicht mehr laufen? Ist uns kalt? Ist hier irgendwie... Schlecht? Ich würde gerne sprinten, aber ich kann's nicht. Oder geht's uns nicht mehr so gut? Haben wir irgendwie... Also... Okay, wir gehen erstmal Richtung Licht. Da wartet jemand auf uns. Okay. Bist du freundlich? Wir folgen dem Licht. Ja, die Handlung hinterlässt auch Spuren bei unserem... In-Game-Charakter. Da hat Stevie nicht rausgelegt. Ey, bitte jetzt nicht so ein Labyrinth. Ich... Ich kann das nicht. Jetzt sind wir in deiner Bücherei. Hallo. Kann ich hier hoch? Oh, ich kann hier hoch. Cool. Cool. Äh, ich drücke mal den falschen Knopf. Immer? Ulrik. Oh nein. Magdalena succumbed to the labors of childbirth. The love of his life was gone. Weighed down by sorrow, King Nils approached his autumn. Meanwhile, Ulrik grew into a young boy full of life. The prince was the only thing that kept the darkness at bay in his heart. One day, Prince Ulrik fell ill. The doctors tried everything, but he grew weaker and weaker. They told King Nils about a mythical flower that witches were rumored to use to heal any illness. King Nils searched the whole kingdom for the flower to no avail and his campaign soon became a gruesome witch hunt. His path was lined with the witches he had slain, but the flower was nowhere to be found. Hm, das ist aber auch nicht so eine schöne Geschichte. Muss man ja mal sagen. Okay, er geht weiter. Warum gehst du weiter? Er geht doch nicht weg. Nein, wir haben ihn verloren. Wo ist er hin? Ulle wished he could stay in the warm light of the library. But he knew that he needed to reach the mountain and find Lillymour. Lillymour. Und jetzt? Jetzt hier durch? Ich will doch nicht durch. No, 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 no. Aber wir kommen dem Berg dadurch immer näher. Suddenly, you heard a familiar voice. Follow me, little brother. I will protect you. Bleib hier. Halt doch bei mir. Halt doch nicht weg. Hey, hey, hey. Halt doch hier. Schwesterchen. Oh Gott, warte mal. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht 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 aus. Hör doch auf, was machst du denn jetzt? Okay. Wo kann ich dich denn jetzt noch treffen? Oh, bestimmt nur hinten, bestimmt nur... ...von hinten. Loil, was war das denn? Okay, okay, okay. Der Kampfbeginn. Der Kampfbeginn. Hör doch, hör doch, hör doch. Okay, okay, okay. Nein! Nein! Okay, 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 okay. Wir müssen noch hier... Nein! Okay, verfolgt, aber es sollte aber auch gar nicht alles stehen. So, jetzt kriegst du aber auch die Fresse, ne? Jetzt ist es vorbei hier mit dir. Fräulein! Wir könnten doch auch alle im Frieden leben! Warum, warum machen wir uns das immer so? Alter, das war jetzt unfair. Okay. Das war jetzt nicht so die feine Englische. Okay. Jetzt geht's abrollen. Jetzt ist... ... Als ob sie das... Wie? Okay, was machst du jetzt? Was machst du denn jetzt? Was ist das denn? Warum? ... ... ... ... ... Oh fuck you ey, jetzt hat die wieder so eine heilenden... ... ... ... ... ... Ich habe mich hier da hingepackt. Wie kann ich die denn jetzt treffen? Ich bin doch weggerannt. Ok, jetzt muss ich doch mit dem Controller spielen. Ich... Passe aus. Ok, wait. Nein, falscher Ding. Ok, warte, warte, warte. Irgendwo hatte die hier gerade Zeugs. Ok, warte. Ist gar nicht so gut, gar nicht so gut. Gar nicht so gut. Ok, ok, gut, 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 gut. Ich bin doch nicht so gut. Schatz. Das läuft gerade nicht so gut für mich. Ok, 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 ok. Don't do this. Nein, ich lauf da direkt rein. Warum lauf ich da rein? Oh, das war aber knapp jetzt. Ne knappe Nummer. So, jetzt habe ich die aber alle hier, oder? Ne, warte ich nicht. Einer ist noch da. Scheiße, ich kann den nicht, ich treffe den nicht. So, warte, 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 warte. Ich muss hier einmal kurz um die Ecke. Er hoff damit. Ja, komm. Ja, komm. Nun renn doch dahin. Ok. Und was? Und was nicht? Ich weiß es nicht. Ok, jetzt geht es aber hier richtig ab, Frau Leibmann. Was ist denn mit dir verkehrt? Willst du denn von mir? Lass mich doch... Ich kann mich... Das ist ja gar nicht mal so einfach hier. Nope. 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 Scheiße. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Wie soll ich mich davor verstecken? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Lass dich ist gut. Ok. Kann ich, wenn ich hier rein renne? Ich bei den Steinen. Geh dat. Die kann ich natürlich nicht erreichen, ne? Wie? Also, wait. Gibt's hier hinten noch irgendwo was, wo ich mich irgendwie... Ich kann mich hier nirgendwo verstecken. Ich bin wieder hier. Gebt es. Ich bin wieder. Geht es mir nicht. Geht es mir nicht. So close, so close davor. So mal. So close. Let the fields get down. Aaaaah! Bitte was? Renn dahin! Renn dahin! Mach es! Setz dich mein Ende! Ich weiss es auch nicht! Aaaaaah! Aaaaaah! Alter! Was ist denn mit ihm verkehrt? Er macht es gleich wie der König! Das hilft doch keinem! Hör doch auf damit! Muss ich irgendwann aufhören? Okay, ich hör jetzt mal auf! Ich hätte jetzt nicht damit gedacht, dass... Okay! Okay! Ich würd sagen, das lief nicht so gut! Gibt's bestimmt ein Archiv mit Stich 50 mal zu oder so! Ja, aber das ist doch... also... Guck ihn dir an, wie er aussieht! Die Arme! Also... ich weiss ja nicht... Nein! Nein! Ja! Ich hab mich eigentlich nur... ...versucht zu wehren! Aber es ist ein bisschen ausgeartet! Also ein bisschen ist gut! Ein bisschen sehr! Und was ist hier passiert? Alles niedergebrannt oder was? Und... Dafür wird's etwas Lebens bei der Handa! Nicht! Genau! Das ist weg! Das ist weg! Das ist weg! Oh! Das ist weg! Was? Oh no! Sind wir jetzt auf den Spuren von dem König? Da oben verfolgt uns jemand! Da oben auf dem Berg! Können sie das sein lassen? Alter, was ist denn das jetzt auf einmal? Du Scheiße! Die Geräte ... ... ... ... Ist es wirklich diese Hexenjagd, die wir vorhin gehört hatten bei dem Buch von dem König? Auf der Suche nach der Blume? Ja. mir zu oh no bitte was ist denn Meine Fresse, das ist aber auch schwere Kost heute hier, also ist ja Mann, 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 Mann Das ist ja anders wild Hexengericht Ja, aber sie hat sich ja selbst gerichtet Also 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 ich würde sagen, ich sehe es daran, weil sie den Arm nach hinten hat, so Dass sie das selber gemacht hat Vielleicht Ich kann das Ding auch noch bewegen, ey Wer kommt denn auf diese Idee? Achso, wegen dem Ding da unten, okay Oh Gott, ich dachte, jetzt passiert irgendwas mit ihr Nimm mir in die Schüssel Mann, diese Drecksfliege Nee, ist klar Ja, als ob ich jetzt da, okay, ich muss da lang Okay, also wir müssen wahrscheinlich irgendwie an den vorbei Schleichen Okay, das ist aber der falsche Weg hier Nee Kann ich hier einfach wahrscheinlich nicht, ne? Ich muss hinter ihm so Obwohl, das ist eigentlich völlig egal, ob ich jetzt da lang oder da lang gehe Obstache, die sehen mich nicht Ja, 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 ja Aber die sind zum Glück ein bisschen dämlich Okay, cool für mich Wiedersehen Hier ist ne Kerze Warum ist da ne Kerze? Gibt's hier irgendwas Gutes? Ich verstehe die Zeichnung nicht Das nächste Buch Also ich verstehe gar nicht, warum Sehr allgemein gehalten Sie rindt ja auch nackt rum Ich verstehe die Zeichnung Die Zirnler wurden mehr und mehr schrecklich Und sie verbringten eine große Umgekehr der Zirnler In der Hoffnung zu finden diese strange schöne Frau Aber keine Probleme Die Zirnler haben sich verloren Sie verbringten ihre eigenen Möte und Däutern Sie verbringten mehr der Zirnler die ihnen mit Ressourcen serviert haben. Dann eine Nacht, als die Mönche aufs breitesten blieb, fünf bravige Männer nahmen die Dinge in ihren eigenen Händen. Sie haben ihre Kälte gesetzt, und haben in die verbrühten Wälder, um die Frau mit der schwarzen Haare zu hunten. Nach einem Zeitpunkt sahen sie die schöne Frau, in der Schwarzen. Die Männer wurden sofort schwarzen, und folgen sie tief in die Schwarze. Sie war ein Schwerster, der schwarzen was die Männer wollte sehen, um sie wegzunehmen. Als sie nahe genug zu spüren sie, sie hat sie in etwas Schwarzen. Sie hat sie öbben, sie in den Trennen schickte und schickte wunderschöne Kräfte von ihren immer noch schützenden Herzen. Und niemand würde sie wieder sehen. Oh, die Vögel, die könnten jetzt ein bisschen problematisch werden. Schade, Elben-Gleister. Warte mal, kann ich? Kurz überlegen, könnte ich die Vögel umlaufen, indem ich quasi hier lang gehe, da lang gehe, hier rüber springe gleich. Okay, ist ein klares Nein. Ganz klares Nein. Gut. Dann machen wir es halt anders. Dann verjagen wir einmal kurz die Vögel. Nein! Wenn man einmal den falschen Knopf drückt, ist unfassbar. Okay, warte. Kann ich, kann ich die Vögel irgendwie... Okay, 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 okay. Müssen wir doch anders machen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber okay. Wieso hat das nicht geklappt? Als ob die so schnell sind. Okay. Dann Plan B, everyone. Plan B. Ja, das wird nicht funktionieren. Kann ich? Ganz langsam. Du musst links hoch und dann rechts runterspringen. Was? Du willst mir sagen, ich soll jetzt hier links... Hier hoch. Kann ich nicht. Stevie. Kann ich nicht. Das geht nicht. Ich wäre jetzt nämlich ganz anders gelaufen. Runterspringen. Was denn für ein Runterspringen? Nicht hoch. Du hast doch gerade davor geschrieben, du musst links hoch und dann rechts runterspringen. Deswegen bin ich nach links gegangen, um da hoch zu gehen, um dann irgendwo rechts runter zu springen. Da komme ich nicht hin, da komme ich auch nicht vorbei. Da bin ich denn zu nah dran. Wenn ich aufstehe, kann ich auch nicht. Du kommst bei den Vögeln nicht durch. Deswegen wollte ich sie ja wegjagen. Da bin ich die Vögel da so weg... Weil hier werde ich nicht hochkommen. Das einzig Gude, was jetzt ist... Ich habe es jetzt aufmerksam gemacht und konnte mich instant wieder verstecken. Und dadurch sind die Vögel jetzt da unten weg. Das heißt, wir warten jetzt wieder, bis sie an ihrem Schmacks-Schmacks-Platz sind. Um denn da vorbei zu sneaken. Jetzt rechts runter. Nee, jetzt gibt es kein rechts runter. Es wird hier einfach vier lang fliegen. Scheiße. Wieso kann ich ihn hier lesen? Dieser Höhe hier nicht... Warum... Warum geht das nicht? Das ist jetzt dumm. Das ist jetzt blöd. Ich sagte, ich kann da so elffach dran vorbei jetzt. Aber nein... Kann ich nicht. Gut, wenn wir auch nochmal das, was Stevie sagt... Loggen sie jetzt nochmal her. Jetzt sind sie dämlich. Okay, wir haben es geschafft. Alles war ja auch gar nicht so einfach. Kreuze, Kreuze. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist schon wieder Wasser. Ich und Wasser, wir wissen es, wir kennen es. Das geht nicht gut aus. Was ist hier los? Hey, 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 lass mich doch in Ruhe. Woher sollte ich denn wissen, dass du hier bist? Okay. Ich habe aber auch keine Waffe. Wie soll ich denn... Also Benni-Hill-Style-mäßig. Oh Gott, das war jetzt aber auch wieder... Puh. Retzen. Okay, cool. So, dann haben wir hier wieder eine brennende Tür. Was haben wir denn hier für ein Symbol drauf? Kreuz nach unten. Ähm, hä? Und einen Strich. Mäßig. Hallo? So, du bist... Nein. Du bist... Ja. Du bist... Nein. Was ist noch irgendwas hier? Nein. So, was mache ich hier? Du bist... Hallo? Äh... 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 Nein. Okay, hier ist nichts weiter. Und es fehlt aber noch das... Das Ding in der Mitte. Wo ist das Ding in der Mitte? Was ist aber da? Hier vorne ist noch was. Das hier. Aber irgendwas fehlt uns denn doch, glaube ich, noch, oder? Äh, äh, äh? Äh, äh, äh. Ja, doch. Müsste... Müsste jetzt alles sein. Oder? Kippet weg! Ja, moi. Was ist das denn jetzt, Alter? Viereck. Dreieck. Links. Plus Kreise. Okay. Dann. Vi... Viereck. Was hat da? Äh... Äh... Nee. Nee. Ich dachte, hier gibt's die Kreise, aber gibt's nicht. Okay. Ah, Viereck. Und die Kreise. So. Müsste ja jetzt alles sein, oder? Viereck. Dreieck. Äh... Nice. Dann gehen wir... Gehen wir mal schauen, was wir hier draußen finden. Nein! Ja, schwimm zurück! Ich wollte doch nur gucken, ob da noch was anderes ist. Und es geht wieder los. Ja, es ist... Äh... Ja. Komm ich jetzt da rein, oder nicht? Nein. Unsere Hassliebe zum Wasser. Ja, wir können halt nicht schwimmen. Und Schwimmflügel haben wir... Keine. Leider. So, deswegen gehen wir auch erstmal hier so ein bisschen außenrum. Weil wir wollen ja nicht wieder ertrinken. Da ist ne Kerze. Und hier ist ein Schlüssel. Äh... Okay. Ist das das Dorf? Also es wird das Dorf sein, aber ich will hier den Schlüssel. Ist das zufällig ein Turm im Dorf? Wo der Schlüssel passt dann? Also könnte das sein? Wahrscheinlich nicht. Wir lassen uns überraschen. So, hier würde ich denken, dass wir Licht brauchen. Also wie so ne Art Kerze, um hier irgendwie durchzukommen. Hä? Äh, ich bin jetzt schon verwirrt. Wie komm ich denn jetzt hier weiter? Kann ich da durchs Fenster? Muss ich hier doch nochmal rein? Aber hier kann ich doch mir nur das angucken. Oder kann ich hier noch irgendwas wegmachen? Äh, sieht nicht danach aus? Ist hier noch irgendwas links? Was ich übersehen habe? Hm... Nein. Okay. Das sieht... Das ist nicht schön. Vor allen Dingen, mir ist erst gerade jetzt aufgefallen, dass ja hier jemand liegt. Der Junge sollte sich mal ein bisschen waschen. Geht das? Also... Mach dich doch mal sauber. Mich rüberhüpfen. Das Ding hier irgendwie... Das Ding hier irgendwie... Bewegen? Geht das? Nein. Schade. Ja, das sind schon tiefe Pfützen. Aber ich komm hier nirgendswohin. Achso, pass auf. Wir haben doch den Schlüssel genommen. Ich bin doch dumm. Wir können ja jetzt bestimmt mit dem Schlüssel hier wieder zurück... Um die eine Tür hier aufzumachen. Das wird sein. Ja. Genau das... Ist es. So, wie war denn das jetzt mit dem Bällchen? Konnte ich den nicht... Genau, hier. So. Okay. Lettern wir erst mal hier rüber. Äh... Springen? Knappe Nummer. Aber... Aber okay. Was holen wir jetzt hier hoch? Äh... Und jetzt? Jetzt sag mir nicht, ich muss da ranspringen. Ich mo... Äh... Ja, ich muss da ranspringen. Achso, und jetzt kann ich... Ah... Ja, ich bin noch nicht ganz da, Chat. Ne? Also, ein bisschen... Ein bisschen ist noch... Ich bin noch nicht ganz munter. Kann ich jetzt einfach hier runterfallen? Ey, da sterbe ich doch bestimmt. Also... Oh, safe! Doch nicht. Okay, also wir klettern jetzt hier über Stock und Stein. Aber wir gucken uns erst mal vorher hier nochmal ein bisschen um. Weil vielleicht finden wir ja hier was Schönes, was wir ja gebrauchen könnten. Ja, vielleicht finden wir auch was nicht so Schönes, was wir nicht gebrauchen können. Das war jetzt aber... Warum? Also wegen der Blume? Okay, dann gehen wir wieder raus. Dann hier hoch. Ja. So, wir sind immer noch auf der Suche nach Lillimur oder Lillimoth... M-Moth... Aber hier kann ich ja bestimmt irgendwas machen, oder? Das war knapp. Aber gut. Vielleicht kommen wir ja hier nochmal rein. Warum bin ich denn hier runtergegangen? Ich wollte gerade sagen, jetzt kann er nicht mehr hochklettern. Das wär's ja jetzt. Okay, dann springen wir hier runter. Das tat weh. Aber stimmt nicht schön. Ey, und überall ist... Überall ist Blut. Was war das? Die hat ihre Hand in so einer Kiste. Warum? Mach das doch nicht! Oh, nee! Okay. Okay. Wir gehen raus. Lass uns raus. Oh! Das war nicht angenehm. Das war gar nicht angenehm. Oh, und die Musik wird auch so... Wie gesagt, zieh wieder zu. So... Unheil schwanger oder so, nach dem Motto. Ach, hier kann ich... Nein! Lass uns Schatten. Ich geh da nicht hin. Ja, Dave! Muss das? Dave, also... Vor allem bei so einem Kinderspiel. Oh! Also ist es kein Kinderspiel, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Es ist schon... Aber... Schwierig. Also ist es... It feels like he loves me, too. Unsere Kirche noch versucht, es zu heilen seine Wundungen aus den dunklen Tagen. Aber zumindest ich und meine Liebe überlebt und haben uns gegenseitig. Nach dem schrecklichen Witch-Hunt, wir glaubten, dass wir sicher sind. Wir glaubten, dass wir eine Friede haben. Aber dann kam die Pläge an unsere Kirche. Es fühlt sich, dass die Pläge eine Art von Unfall für unsere Sins ist. Vielleicht, dass wir das verdient haben. Die Leute sagen, dass sie eine alte Frau mit einer Rache gesehen haben. In jedem Haus, in dem sie passen, die Leute in der Mitte sind sick. Ich hoffe, dass sie nicht zu meinem Haus kommt. Jedes Morgen hat jemand, der neu ist, zählte. Und kurz danach sterben sie. Wir haben nicht mehr Angst, ihnen ein properer Junge zu geben. Es ist schrecklich. Die Todes sind aus ihren Geheimen, und sie essen diejenigen, die in der Leben leben. Ich habe mich in der Haus geblieben. Ich wurde von meiner Liebe verletzt. Ich wünsche mir, dass ich mit ihm sein kann. Ich hoffe, dass ich ihn in der nächsten Leben treffen kann. Ich bin aus dem Essen, und die Todes sind direkt nach meiner Tür. Ich miss ihn so viel. Okay. Wir rennen einfach. Oder? Komm, wir rennen. Leck mich am... Wer seid ihr denn? Auf Wiedersehen. Ich bin weg. Komm, mach die Tür auf. Oder stürz den Tisch um oder so. Ich weiß nicht. Ja komm, zieh durch. Ja, 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 ja. Die sind wirklich alle wieder aufgestanden. Was ist denn... Was? Herzlich willkommen bei The Walking Dead. Season 24. Nein! Sehr geile Perspektive am Fenster, ja. War wirklich richtig nice. So, aber irgendwie... Also komm, wir machen mal. Irgendwie will ich wissen... Liegt hier vorne noch was? Also da habe ich ja schon ein bisschen Lust drauf, ne? Um zu gucken, wie die da drauf reagieren. Die sehen mich ja jetzt aktuell nicht. Noch nicht. Hä? Hüpf doch hier rauf. Als ob du da nicht hochkommst. Okay. Aber die interessieren sich wirklich für mich noch gar nicht. Hallo! Hallo! Okay. Gut. Haben wir genug gespielt? Denn nicht. Dann gehen wir jetzt hier reingucken. Oh, das sieht aber nicht so gut aus. Gibt's hier was? Nein. Okay, okay, okay. Okay, okay. Ey, überall liegt... Also überall Blutlachen und... Ich glaube, die Xe sollten heißen, wir sollten da nicht rein. Glaube ich. Aber wir probieren's trotzdem. Benni, der Ninja-Looter. Wenn es was gegeben hätte, wär ich dabei gewesen. Wääh! Scheiße! Folgt er mir jetzt? X markiert die Krankheit? Er ist runtergefallen? Okay, cool. Wirklich? Weil der hört sich noch so sehr nah an. Okay, er ist runtergefallen. Cool. Also, ich sehe schon mal zwei. Ich sehe schon mal zwei. Das gefällt mir nicht. Das ist die Frage. Täuschen wir an? Angetäuscht. Lass mich doch hier hoch. Okay, nein. Lass mich nicht hier hoch. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Ich bin tot. Scheiße. Okay, 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 okay. Aber wir haben jetzt, wir haben jetzt, wir haben, wir, wir wissen jetzt, wie. Also, wie es funktioniert. Und, und. Jetzt ist mal runter. So, jetzt ist die Frage, kriege ich den hier? Okay, der eine ist weg. So, jetzt wird hier gejumpt. Nein. Lass es. Lass es. Lass es. Lass es. Ich bin jetzt selber runtergefallen. Das ist gar nicht gut. Und ich bin tot. Okay. Das lief ganz gut. Nicht. Okay, der fährt runter. Lass es mal runtergefallen. Lalalala. Die ganze Zeit erwischt er mich nicht einmal. Okay, wait. Schaffen wir es, wenn ich sprinte? Was werden wir jetzt ausprobieren? Wenn ich sprinte, schaffe ich es, bei dem zweiten Loch einfach drüber zu springen? Wäre das eine Möglichkeit? Oder anders gesagt. Geht das? Ha! Also. Okay, wait. Wir probieren rüber zu springen. Dass es geklappt hat. Okay, was gibt es hier noch zu entdecken? Bevor wir jetzt Rouse ran. Okay, nehmen wir mit. Gibt es hier sonst noch was zu entdecken? Noch irgendwas anderes? Nein. Gibt es hier zufällig noch ein Loch, das ich versehentlich irgendwie hier reinfallen kann? Oder so? Okay. Okay, okay, okay. Hier gibt es nichts weiter. Oh, no, 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 no. Ah. So, jetzt. Oh, meine Güte. Das war jetzt aber auch. Oh. Knapp. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Fällt doch hier hoch. Okay, aber fangen wir wenigstens hier an. Das ist schon mal, schon mal Anfang. Wie soll ich denn an denen vorbei? Glück gefragt, gibt es hier irgendwie was, wo ich lang gehen kann? Ich sehe ja nichts. Das ist ja mein nächstes Manko. I don't see anything. I don't know. Wenn ich jetzt einmal Licht an renne, ich doch... Das war lucky. Nein. Okay, das war eine Ratte. Da sind ganz viele Ratten. Es ist mir scheißegal, was für Ratten da sind. Was, ein Kilo... Müll? Was? Was? Ich mache extra Grut im Preis. Ein Kilo... Ja, kann ich nicht lesen. Ich habe so ein bisschen Angst, das Licht anzumachen. Hier kann ich es anscheinend. Okay, cool. Cool, 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 cool. So, jetzt können wir uns nochmal hier angucken. Warte, was hier war? Was war denn das? Okay. Sehe ich nicht mehr. Sehr gut. Okay. Wir sind erstmal draußen. Meine Güte, das ist aber auf jeden Fall... besser als... da drin. Hallo? Was? Ey, Dave. Hör doch mal bitte auf. Mach doch... Die haben sich alle... Was? Mach doch sowas, wenn Stevie streamt oder so. Doch nicht, wenn ich hier... mittendrin bin. Hä? Okay. Okay. Hey, was geht hier? Was? Was passiert? Stevie, McCammergeist, schenkt fünf Stufe 1 Abos. Was? Danke dir, Stevie. Danke dir. Aber erschreckt mich doch nicht so. Wie? So, so. Aber hier draußen ist doch hier alles... hier ist doch alles voll mit den Leuten. Ich kann nicht... Ich kann nicht... ich kann nicht... sprinten. Und jetzt geht's... Richtung Kirche. Richtung Kirche ist nie gut. In solchen Games. Aha. Was kann ich denn hier machen? Kann ich ein Kerzchen anmachen? Geht das zufällig? Nee, ich kann mir nur die Kerzen angucken. Okay. Ach Gottchen, jetzt muss ich wieder irgendwas... hinpacken, weil ich muss irgendwo... rüber. Weiß zwar noch nicht wo, aber... Äh... Muss ich hier? Ah. Huch. Muss ich Bücher sammeln, damit ich da hochkomme. Verstehe, verstehe, verstehe. Wann? Immer her damit. Ich dachte, wir hätten jetzt noch so ein Buch zum... Vorlesen. Gott. Well. Wall. Wall. Ja. Ich versuch's erst gar nicht, glaub ich. Weil singen? Okay, hier war falsch. Gibt's hier kein Buch? Ey, dass die hier aber auch alle liegen. Das ist doch nicht schön. Was ist hier? Okay. Der Gott, der angebetet wird. Und hier unten ist... I don't know. Das Licht? Keine Ahnung. Ich kenn mich auch in solchen Mythologien leider gar nicht aus. Da bin ich immer ganz froh drüber, dass ich den Stevie bei mir an der Seite habe, der dann vielleicht so ein bisschen Wissen... Dazu noch hat, so extra Wissen. Hat mir leider fehlt. So, jetzt müsste ich doch hier hochklettern, oder? Man kann doch bestimmt hier hochklettern. Jawohl! Schön, dass wir hier gerade die Kirchenglocken läuten. Der ist, äh, passend. Okay, okay, okay. Wir sind hier oben. Wir sind hier oben. Und können jetzt genau genommen... Ah, wir können hier runter? Okay, wir können einfach nur hier runter. Okay, das... Hätte ich ja nicht einfach hier rüberklettern können? Wäre das nicht gegangen? Okay, hier kann ich nicht durch. Da kann ich auch nicht durch. Okay. Diese ganzen Leichen! Warum? Das macht doch... Also... Das ist doch verstörend. Oh Gott. Die wachen doch bestimmt auf, oder? Der da ist safe. Die da hinten auch alle. Die sind... Die haben alle diese... Diese Ranken. Ja, guten Morgen. Hallo zusammen. Ja, nee. Wir gehen mal hier raus. Dankeschön. Äh, hier kann ich nicht raus. Okay, wunderbar. Toi, 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 toi. Alter, sind die schnell. Ach, die wollen doch alle da rüsen. Hm. Okay, wo geht's jetzt weiter? Wo geht's denn jetzt hin? Ja, moin. Die machen alles kaputt, oder was? Links, rechts, geradeaus. Antäuschen. Hier rüber. Auf doch. Warum? Warum? Wie können die denn das kaputt machen? Das stimmt ja mit denen nicht. Oh, die sind verfickt schnell. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Okay. War geplant. Gar kein Problem. Gar nicht. War ganz schön easy. Nicht. Aber gut. Oh. Ja, ja, easy. Mhm, mhm, mhm. Nein. Ich hätte mich jetzt auch, also ich, äh, hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn ich nochmal ab ins Wasser gedriftet wäre. Einfach so, weil wir mögen das Wasser. Was ist das hier? Warte, das ist das. Wer bist du denn? Ah. Das sind anscheinend so eine, also wir haben ja schon öfter so eine Holzdinger gefunden. Das sind so eine Collectibles, würde ich fast sagen. Das ist schon, ich weiß nicht. Oh Gott, Sonnenfinsternis? Was passiert denn im Hintergrund? Also, über mir. Okay, Sonnenfinsternis. Sonnenfinsternis. Das heißt nichts Gutes. Ich kann nichts machen. Die alte Frau mit der Hake festbringe. Was passiert hier? Achso, Jet, warte, ich, ich sitze im Weg. Was passiert hier? Ich kann nichts machen. Okay, okay. Und schlagartig wird's wieder munklig. Achso, das pulsiert jetzt so? Als ob das jetzt so pulsiert. Ich... Also, Wasser war doch immer böse. Ich kann doch jetzt hier nicht reinrennen. Also, zurück kann ich ja auch nicht. Oder? Nicht zurück? Nee. Also, ich weiß, wir müssen hier rüber. Würde ich jetzt sagen. Okay, wir haben's. Hier ist noch ein Boot. Können wir mit dem Boot wegschippern? Jawohl, wir können mit dem Boot wegschippern. Also, jeder, der mal Boot fahren war, weiß, wie anstrengend das ist. Das ist gar nicht mal so einfach. Wollt ich den richtigen Rhythmus zu finden. Müssen wir vielleicht auch irgendwie lenken? Also, steuern? Muss ich vielleicht nur... Geht das nur mit dem hier? Nee, ich muss beide nehmen. Also, ich muss auf die Klippe hinzu. Okay, cool. Fuck you! Ich seh nichts! Wohin denn? Scheiße, ich kann werfen. Ich weiß gar nicht, wohin. Worauf denn? Oh Gott! Geh weg, du hässliche! Geh doch! Wo hast du mich? Was ist meine To-Do? Muss ich einfach nur ausweichen? Oder was ist... Geh mir dein anderes Auge. Geht's da hinrennen? Ich... Auf die Nase. Ja. Lass mich doch in Ruhe. Das ist gar nicht... Nein, hör doch auf! Ey, zuerst die Ratten. Dann auf die Augen. Dann auf die Nase. Dann kommt die mit so einem Kerscher da so an. Ist doch... Hab ich jetzt? Ich hab doch alle! Zeig mir dein Auge. Gott. So, jetzt kommt die mit dem Kerscher. Nee, hier mit so einem Rechenschieber. Mann, weiß ich, wie die Scheiße heißt. Geh weg! Okay, okay, okay. Das kriegen wir hin. Jetzt gibt's aufs Gesicht. Rollein. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Wer nennt das Haken? Ja. Meine ich ja. Ich sag, Rechenschieber. Okay, 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 okay. Die Ratten, gar kein Problem. Da spielst du aber auch laut. So, geh weg. Okay. Jetzt nochmal ins Gesicht, oder was? Nochmal Auge. Wir schaffen das jetzt. Wir schaffen das. Geh weg! Okay, okay, okay. Also, wir sind anscheinend da vorne im Boot. Und sind bewusstlos, weil die Dame uns in ihr... Ah, siehst du? Sie hat mittlerweile auch nur noch ein Auge. Hau ihr doch eins mit dem... mit dem Paddel übers Gesicht, oder so. Jetzt kann sie wieder gucken. Oder nicht? Doch, scheiße, sie kann wieder gucken. Oh Gott, es wird doch mal größer, ihr Raum. Kann ich nicht irgendwas machen? Hör doch auf! Mach doch nicht schon wieder! Ach, ich schon wieder! Ist ja jetzt nicht dein Ernst! Nase? 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 Was? Habe ich jetzt nicht die richtige erwischt? Oh, jetzt kommt die wieder mit ihr. Halt's auf! Okay! Oh! Hä? Ich konzentriere mich da drauf und dann... Ist die unter mir? Okay, nein. 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 Okay, ich hab... Hab ich... Hä? Wo ist die... Wo ist... Hä? Die werden ja auch dezent... Kleiner. So, jetzt das rechte Auge. Alter, die Ratten werden ja... Ist ja größer als meine Katze zu Hause. Oh, jetzt... Das war okay. Andere Auge. Diesmal links. Nase? Auge. Auge. Immer ins Auge rennen. Nein, 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 nein. Du kleine Mistmade. Diesmal nicht mit mir. Nasen? Nein, nein, nein. Die nicht. Die da. Und Auge. Ich glaube, ich muss die immer mit diesen Schnurrhahn angreifen. Ist das eine Vermutung? Wer weiß. Komm, mach schneller. Hin und her. Sie schläft gerade. Komm schon. Komm schon, komm schon. Schub sie doch einfach vom Boot oder so. Ich weiß doch auch nicht. Ich habe keine Lust, nochmal gegen die zu kämpfen. Aber es sieht aus, als ob ich... Alle guten Dinge sind drei oder so. Ich weiß es halt nicht. Oh nein, die Augen gehen schon wieder auf. Komm schon. Beeil dich. Zieh durch. Nein, 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 nein. Mach doch nicht. Mach doch nicht. Mann, nein. Warum denn? Wir laufen jetzt einfach mal in die Richtung. Ist mir egal. Nase? Wo? Da oben. Äh. Äh. Nein. Okay, ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Jetzt kommt sie wieder mit den Ranten. Knapp hin um. So, links. Oh, jetzt kommt die... No, no. Okay, das war... mehr Glück als verstanden. So, jetzt kriegst du auch das rechte Auge. Eins links, eins rechts. Ja, was hast du dir so gedacht? Ich ruf einfach über dein Gesicht drüber. Nun, nun, rau... Lauf doch. Jetzt können sie wieder mit ihren Ratten annehmen. Okay, okay. Mal wach, mal wach, mal wach. Stopp! Oh, die Stress... Die, Alter, die ist... Die... Gefällt mir nicht. Oh, die Falsche. Wo ist die mit deinem... Da... Und der hat nicht gesessen! No! Ohohohohohohohohohohohohohoho. Das war knapp. Wiedersehen. Komm, das war jetzt das letzte Mal. Oder jetzt können wir doch... Komm, immer noch. Jetzt kommt sie. Okay. Haben wir, haben wir. Jetzt kriegst du hier auf. Die müsste doch so blind sein, ne? Weiß ich nicht. Du dürft doch gar nichts mehr sehen. Gar nichts. Ist sie weg? Bitte. Bitte. Jawohl, sie ist weg. Oh, Entspannung pur. Okay. Wirklich? Ich komme zu meiner Schwester. Also, hoffentlich. Ich hoffe, sie ist hier. Oh, das sieht aber nicht mehr so freundlich aus. So die Sättigung komplett weg. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so das wahre ist, was ich mir so vorstelle. Kann ich? Ich kann noch niemals hier rein. Das funktioniert doch nicht. Als ob das funktioniert. Wir sind zwar blutgetränkt jetzt, aber toll, 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 toll. Oh nein, wir kommen wieder zu dem Anfangspunkt, wo wir unsere Schwester verloren haben, wo wir den Berg runtergerollt sind. Nooo. Bitte nicht. Bitte lassen uns einfach nur bei unserer Schwester sein. Sie uns mitnehmen und Happy End und so. Aber da, ich sehe schon Dawn. Warum? Ja, aber dafür kann er doch gar nichts. Was hätte er denn machen sollen? Ah, jetzt ganz ehrlich, also, er hatte doch gar keine andere Chance. Ah. Da konnte er eigentlich auch, glaube ich, nicht wirklich was machen, leider. Also, ich... Schwierig. Gut, da... Aber die war auch gemein. Jetzt ist die Bre pin hast. Jetzt kam die Röder vor ihm. Und er ochterer hat er, er kann er fragen, dass er ihre Begrünung喂te. Oh, nein. Okay. Okay, okay, okay. 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 Was muss ich jetzt hier anklicken? Das Schwert? Hä? Hä? Was kann ich denn jetzt hier machen, außer mir das Bild angucken? Also ich muss hier irgendwas anscheinend finden. Oh. Wie war's damit? Cool. Hätten wir jetzt... Verdammt. Ich hätte auch mal rechts gucken sollen. Wäre da eine Auswahl gehabt, ob links oder rechts? Schwer zum Kämpfen? Ich hab dafür... I don't know. Hier kann ich nicht rein, nee. Nee, okay, okay. Jetzt sind wir wieder in der Bücherei? Da waren wir doch vorhin... Das ist ein neues Buch. Exhausted. Da wie ein Kind warst. The Witch instructed he only use a single petal. Using the whole bloom would only invite death. Ulrich began to recover. Aber es war nicht so, dass die Reichweite der Reichweite in der König, nach dem King Nils' blöden Kampagne war. Der nächste Tag, King Nils hat seinen Sonn geblieben. Und die letzte Licht, die in der Dunkelheit auf der Böden, war geschnitten. Herzlichen Glückwunsch, King Nils hat die Blume geblieben, Er liebte Leben, und insofern sah es als ein Geheimnis aus seinem Geheimnis. Die Witch, zu besuchen den König und der Prinz, sah die nightmarische Szene in Despair. Sie hat eine Bühne auf dem Topf von King Nils und ihn mit dem gleichen Bramble, die er auf den König zu lassen. Oh, Tartobo. Ja, weil er alles für seinen Sohnemann machen wollte. Nicht alles. Aber das hat man schon gesehen. Das war ja der Anfang. Wo er seine Frau verlor nach der Geburt des Kindes und... Heftig. Und da hört sich eine Figur von der netten Lady. Ist noch hier was Kleines zu entdecken? Irgendwas? Nein. Okay, gehen wir weiter. Warte mal. Wenn die Trolle ihn weiterhin füttern... ...wird er einfach meine Schwester essen? Das rauf ich erst jetzt? Okay. Der König und sein Sohn. Okay. Wurt. Und seine Frau. Hier fehlt anscheinend Zeiger. Öhö. Okay, können wir nur uns angucken? Ah, warte mal. Hier haben wir doch was zu lesen. Oder auch nicht. Warte, Spieluhr. Will ich die Spieluhr aufziehen? Da steht eine 2 darunter. Soll ich mir das merken? Römisch 2? Gibt es vielleicht noch irgendwas, was ich öffnen kann? Schubladen? Nein. Okay, da geht es nochmal weiter. Hier geht es eine Tür durch. Hier auch. Was haben wir hier noch? Ich kann hier eine Pause machen. Okay, cool. Cool, 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 cool. Was ist denn hier alles? Wait. Ganz am Anfang haben wir doch diese Zannenzapfen gesehen, die so einen Kreis gebildet hatten. Und hier oben, da saßen die beiden doch auf der Bank. Und da oben ist der König. Mal mit. Und hier ist der Schwert. Achso, das darf ich nicht mitnehmen. Okay, schade. Was ist das? Okay, das sieht aus wie das Messer, was dem Sohnemann reingerammt wurde. Was ist das denn? Okay, okay. Gut, dann gucken wir uns erstmal die Tür an. Bianca. Okay, hier kann ich nicht rein. Nein. Muss ich mich jetzt als Sohnemann verkleiden? Okay, wir haben den ersten Zeiger gefunden. So, und wir wissen ja, wir hatten vorhin den auf zwei. Nicht? Okay, schade. Muss ich jetzt hier, damit das Outfit completed ist, hier mir noch das Schwert mitnehmen? Nee. Hätte ja sein können. Okay, komme ich jetzt nicht weiter durch. Da komme ich noch nicht rein. Hier gibt es nichts, was ich mir angucken kann. Habe ich hier vielleicht noch irgendwie eine Ziffer übersehen, oder so? Nee. Oh doch, warte, hier. Ja. Sechs. Ne, sechs. Okay. Muss ich vielleicht die Dings auf die sechs packen? Ja, jetzt sind wir auch hier dann. War noch eine sechs, oder? Chat? Oder bin ich jetzt blöd? Warte doch, eine vier? Ja, war eine sechs. Okay. Sechs. Zwei. Wir brauchen ein Safe. Brauchen wir doch noch einen weiteren, äh, äh. Äh, Zeiger. Hast du denn noch irgendwas? Nee. Die Klamotten haben wir an. Aber wir haben das Schwert nicht. An dem Schwert. Können wir das, können wir irgendwas mit dem Schwert noch machen? Geht da noch was? Da ist ein X drauf. Also, eine 10. Äh. Was war das? Hier oben, okay. Huch. Gott, die Steuerung. Entschuldigung. Okay, nehmen wir mit. Und können jetzt hier wahrscheinlich rein. Richtig? Okay, 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 okay. Dieser Hall. Ist ja mal gar nicht so groß. Viel Spaß beim Saubermachen. Okay, können wir hier durchrennen? Geht das? Sind wir jetzt hier lang, oder was? Nee, 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 nee. Das kannst du halt, das ist doch nicht, das ist doch nicht der richtige Weg. Aber wir kommen nirgendwo anders lang. Also, wir können nur da runterfallen. Auf der Seite. Okay, der schläft. Der hat einen ganz tiefen Schlaf. Das ist völlig in Ordnung für mich. Was passiert hier? Was ist das? Eine Schmiede? Was ist hier los? Okay, hier kann ich nicht lang. Hier auch nicht. Kann ich hier hochklettern? Nein, das ist ja, okay. Warte mal kurz. Wir warten noch kurz ein. Genau. Den warten wir noch ab. Ich gehe davon aus, wir müssen hier wieder hide and seek mäßig. Aha. Nein, nein. Dreht dich doch zur Seite. Wir sind schneller. Und Job. Halt dich fest. Halt dich fest. Ja, kein Problem. Gar kein Problem. Okay, haben wir, haben wir, haben wir. Okay. Ja, moin. Als ob das, das geht niemals gut. Okay, es ging gut. Oh, moin. Okay, 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 okay. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, das war nicht so toll. Wie kann ich denn bitte, also, okay. Okay, wir warten und dann rennen wir jetzt einmal komplett durch. Wir können nicht durchrennen. Okay, vielleicht müssen wir hier einfach warten. Okay. Ich hätte ja gehofft, dass wir da durchrennen können, einfach. Okay. Was? Aus, das ist der Turm. Ey, 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 ey. Und wir, wir finden jetzt den, den König? Ich will doch nur meine Schwester retten. Was ist denn euer, also, mhm. Nein. Äh, okay. Oh Gott. Der, ähm. Ich, äh. Ich weiß nix. Der französische König, der immer wieder geblieben ist, wurde nun erklärt. Er musste nur den Sack erreichen, bevor Lillimur als der Geistensdiener endet. Oder vielleicht, vielleicht, weil ich ja die Klamotten anhabe und so ein bisschen Ähnlichkeiten habe mit seinem Sohnemann. Vielleicht lässt er die ja in Ruhe, weil ich ihn an seinen Sohn erinnere. Muss ich denn reden? Muss ich reden? Auch nicht. Muss ich hier irgendwo lang? Nee, da macht's ja gar keinen Sinn, oder? Macht er ja, hallo? Doch, doch nicht. Ist hier irgendwas, was ich machen kann? Ach, die Dornen weg! Auch nicht. Achso. Wait. Wir laufen jetzt mal andersrum um den Stein. Also wir sind ja nach links abgedriftet. Äh, wir laufen jetzt nochmal zurück. Kann ich nicht einfach hier hoch hüpfen? So Jump'n'Run mäßig? Ja, doch das Einfachste. Nein. Okay, darf ich hier so... Also von der Logik her hätte ich jetzt echt gedacht, hier so hoch, zack, zack, zack. Und hochklettern. Oh nein. Muss ich am Schwert hochklettern? Gibt es da? Weil da Ranken sind oder so? Ich weiß es halt nicht. Okay. Wir müssen am Schwert hochklettern. Ich sag nix. Okay, 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 okay. Cooool, cool, 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 cool. Damit komme ich jetzt nach oben zu ihm. Also da hinten ist ja noch eine Blume. Da kann ich ja hier mein glänzendes Licht hochholen und dann... Kann ich drauf surfen oder so? Ich weiß es nicht. Jetzt spring doch rüber! Oh, war da gemacht? Okay. Okay, ich bereite mich auf einen Kampf vor. Ich habe keine Ahnung, was für einen Kampf da kommt, aber ich bereite mich auf was vor. Nein. 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 Oh, shh. Ai, 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 ai. Hey, guck mal, ich seh aus wie, ähm, dein Sohn, du willst doch jetzt nicht hier... Hör auf damit! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Eeeh, keine Emotional Damage, die Dinger! Ich wollte gerade springen So, ich behalte mich jetzt mal einfach hier in der Ecke Ne, 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 ne Gut, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich unterrenne kann Oh Gott, ich dachte, er zieht jetzt die Hülle direkt War das eine knappe Nummer? So knap, so knap sage ich euch. So knap, so knap sage ich euch. Nein, 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 ich bin getroffen. Jetzt haben wir die eine Seite voll. Nope. Not even close. Ja, genau. Ich brauche kurz zu trinken. Und weiter geht's. Nein, 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 lauf doch. Falsche Taste kurz gedrückt. Hä? Nein, nein. Ich bin gesund. Nein, nein. Das ist die ganze Zeit. Nichts. Ich bin하는데. Warum bewegt er sich denn? Ich rass aus hier. Nein! Normalerweise hätte er mich treffen müssen. Mach! Ich rass aus hier. Ich rass aus hier. Ich rass aus hier. Ach, das war schon. Ich rass aus hier. Man darf aber wirklich gar keine Fehler machen, ey. Das ist echt so. Das ist echt so. Ich muss mich kurz kratzen. Ja, ja, ja. Wirklich, da habe ich die eine Seite schon abgeräumt und dann kommt er hier um die Ecke mit. Das ist mir egal. Nein. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Alter. Junge. Das war gar nicht so einfach. Hier ist Faser 1. Bitte was? Wieso Faser 1? Wieso? Ich hätte gedacht, wir hätten es zu lohnt. Okay. Ey, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das ist mir egal. Bitte was? Wie? Ich bin doch aus, ich habe doch den Schatten gesehen, ich bin doch gar nicht da gewesen. Du kannst mir doch anziehen, was du willst. Also wirklich, das ist wirklich möglich. Also das ist keine Rolle. Du kannst mit dem Schatten zu hören. Ich bin doch nicht so schnell. Lass dich da einander. Ich bin doch gar nicht so cool. Wenn das nicht so stark. Wenn dann ja einander. Das war knapp. Ey, das ist doch, wie, wie soll ich denn das auf die Schnelle machen? Ich kann mich doch gar nicht so, also dafür bin ich nicht ausgelegt. Ich bin, Mann, der ist nicht multitaskingfähig. Ich raste raus, Junge. Ey, ist ja schlimmer als, als, als Dark Souls. Komm schon, komm schon, komm schon. Dieser kleine Ficker. Nein! Ich vergesse immer, dass diese Mistviecher von oben denn kommen. Ja, wie auch immer, das war bestimmt Stevie, ey. Das ist, das ist safe Stevie gewesen. So, komm, 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 komm. Wir haben hier keine Zeit. Das hast du jetzt so gedacht. Jetzt müssen wir kurz warten, bis wo die anderen herkommen. Okay, cool. Ich weiß nicht, wo ich hier lang kann. Okay, dankeschön. Mach hier auf, mach hier auf. Was war das denn jetzt? Hat der eine dritte Phase? Was ist mit dem Verkehr? Scheiße. Scheiße. Ich bin tot. Ich war ja schon tot. Also, hau. Ich bin reingesprungen Ich bin da reingesprungen Warte, meine Kopfhörer Safe, warte, warte, warte Hier, Pause, Time Out Kurz, hallo Okay, jetzt können wir weitermachen Nein Okay, die Seite haben wir Nein Der zieht es auch zurück Diese kleine, verlogene Das war knapp, das war knapp, das war scheiße knapp Wuhu Wuhu So, noch einmal, noch einmal Nein, 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 nein Also, jetzt ist doch Safe vorbei Also, komm Hör doch auf Der wollte mich grad töten Hat der mich jetzt runtergeschubst mit dem Stein? Äh, was, wie jetzt Müssen wir jetzt hinrennen? Und, 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 was, 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 was ist mit unserer Schwester? Er hat ja gefressen Jetzt kommt Kampf 3 Ey, hört doch, bitte auf Mach doch jetzt nicht Wir müssen uns jetzt von ihm fressen lassen? Sehe ich das richtig? Ist ja jetzt nicht euer ernst Und vor allem, wo kommen wir wieder raus? Ich hätte gedacht, wir müssen jetzt an seinem Arm Wissen, wie ist er? So Hoch Vielleicht war es aber auf die falsche Seite Na, wenn du dich frisst, wissen wir alle, wo du wieder rauskommst Na, wunderbar So, kann ich hier einfach jetzt nach links Nein, nein Muss ich denn hier rauf? Muss ich vielleicht hier rüber springen? An seinem Bad? Ja, ich muss an seinem Bad springen Hey, 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 bleib doch dran Ich bin weg Schmeiß Ich bin weg Oh, 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 oh. Tuva hatte eine letzte Geschenke, um zu Olle zu geben. Was ist denn jetzt auf einmal los? Wir haben doch jetzt alles gemacht, oder nicht? Wie sehr ernsthaft? Wir sehen uns immer nach ihm. Unser Freund! Wir haben es geschafft! Wir fangen jetzt bitte nicht die Story von vorne an, nur dass wir den Bruder suchen! Hat das nicht gereicht, dass wir die Schwester gesucht haben? Ist das ein anderes Bild? Hier hing doch vorhin ein anderes Bild! Das sind die Holzfiguren, die wir gefunden haben! Aber da fehlen welche! Ich habe nicht alle gefunden! Schade! Ja! Ja, aus der Tür kann ich nicht raus! Hä, wo ist der denn jetzt hin? Warum ist denn... Ey bitte nicht! Die Geschichte wiederholt sich doch bitte jetzt nicht, oder? Oder, oh ne, oh ne! Mach das nicht! Mach das nicht! Bitte! Aber die Schmerzen von draußen nicht schrauben sie nicht. Okay! Was? Weil sie wusste, dass sie ihren Bruder hatte. Krass! Krass! Also muss man ja sagen, echt krasse, krasse Story! Ja! Das war Bramble The Mountain King! Ähm... Hat mir mega viel Spaß gemacht! Die Optik, die ganze Inszenierung... Es hat eigentlich alles gepasst! Die Musik, wirklich! Von Happy zu... Ich kack mich ein... Zu... Ganz schlimm... Bis hin wieder zu Happy End! Krass! Auf jeden Fall hat mir das Leben wieder viel Spaß gemacht! Ich hoffe, ihr hattet heute auch sehr viel Spaß beim Zuschauen! Ähm... Lasst gerne ein Like da, ein Comment! Und, äh... Damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, auch gerne ein Abo da lassen! Und, äh... Ich lasse euch noch diese Musik wunderschön ausspielen! Und ich sage erstmal... Tschü! Bis zum nächsten Projekt! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!